Schaffen wir es in Fortnite Gun Game 1000 Kills zu machen? Ihr werdet es in dem Video sehen, Freunde. Checkt gerne meinen Zweitkanal ab, da lade ich Videos hoch, die es so auf dem anderen Kanal nicht gibt. Und ich würde sagen, wir legen los, let's go. So, es geht los. 3, 2, 1. Eben gerade, Freunde, hatten wir schon eine Runde, aber da hat mein Fortnite nicht aufgenommen. Da habe ich natürlich drei Leute hintereinander gekillt, weil ich heftigste. Jetzt werde ich mies reinkacken, 1000%. Ich muss das HUD leider klein machen, Freunde, weil diese Anzeige, die man in der Mitte hat, sonst relativ groß ist. Warum geht der auf mich, Digga? Warum geht der auf mich, glaub alles, Junge? Mein Kopf ist drei wieder Kills, das gleiche wie vorher, hä? Ich bin kaputt. Ach, Digga, du bist Müll. In der selben Gasse, Digga. Das ist einfach die Bestimmung. Es kann nicht zweimal der Zufall sein, wisst ihr, wie ich meine? Der Zufall. Der Zufall oder das Zufall oder die Zufall. Ihr könnt entscheiden. Der Entscheider. Wohin willst du mir, Kant? Nicht von dir gekillt werden, Bro. Äh. Okay, jetzt hat man den Sniper. Jetzt hole ich mich auch. Schade. Aber läuft gut. Ihr könnt diese kleine Anzeige da unten sehen, Freunde. Und wenn das hart halt groß ist, dann ist es genau, wo man zielt. Also richtig doof gemacht. Aber die App selber ist sehr, sehr wild. Please don't hurt my love. Baby, don't hurt me. No more. Hast du auch eine? Nee. Junge. Es ist so eklig. Ich bin glücklich auch gefragt. Hast du auch eine? Boah, voll cool. Das war tauschen. Warte mal, wer war so? Digga, wer hat das so lange gebraucht? Melkan? Rosemann war das. Nein. Aber die Waffe ist auch nicht so cool, wie man denkt irgendwie. Was laberst du? Junge, das erinnert mich irgendwie so an Super Mario World oder so. Richtig wild. Da fang ich jetzt wieder von drei Seiten angeschossen. Achso, man muss nachladen und killt nicht mal One-Shot, Digga. Alles klar, Digga. Yes, ich liebe dich. Ach, du bist so ein Müllmensch, Digga, wirklich, du bist ein Müllmann. Danke. Kein Ding. Okay, wir machen weiter. Wir haben die Kalle-Waffe. Was denn die Kalle-Waffe? Hammer. Oh, er fehlt. Na ja, guck ich, ich weiß doch. Und wir killen Kalle damit. Das wäre richtig wild. Ah, ich höre schon jemanden angeknuspert. Ich habe ihn. 20.000 Stunden später nach jagen. Hä? Wo bist du? Wo bist du, André? Wo bist du, ist die Frage. Ich laufe dir die ganze Zeit hinterher. 20 Stunden später nach jagen. Ich bin in deiner berüchtigten Gasse. Oh. Er sagt das für alle, Digga. Jetzt kommen die dich alle jagen. Ja, und man ist schon hier. Hab ihn. Wie soll ich so einen killen? Das macht gar keinen Sinn, die Waffe. Will ich hinter mir kommen? Ihre? Ja, okay, Jungs. Ey, ich muss jetzt warten, bis jeder einen Hammer hat. Weil sonst kann ich niemanden killen. Das macht doch gar keinen Sinn, die Waffe. Wie viel Schaden macht man damit? 20 oder so. 70, glaube ich. Ja, André. Das ist halt das Ding. Der Vorteil und der Nachteil in deinem Leben. Bitte. Oha, wie viel Dillen sie gemacht hat. Nein, er hat mich einfach random gekillt. Kalle hat richtig den einfach Augen zu durch gemacht. Mein Lebensmotto. Okay, okay. Mit Hammer wird anders ekelhaft, Freunde. Okay. Wir schlafen, Junge. Wir werden noch eine P90, Bro. Ich, Junge. Wir schlafen jetzt. Wie kriegst du das hin mit der P90, Digga? Das weiß ich dir doch nicht. Kriegt man die nicht irgendwie da als zweites oder so? Drittes, glaube ich. Drittes. Ja, okay, drittes ist okay. Junge, ich bin gerade halt ein Noob. Was willst du von mir? Zum Glück nur gerade. Warte ab, Junge. So fett ich jetzt komplett. Junge, dass man gegen diese Kant-Steine läuft. Gegen welche Steine? Handsteine. Hat da immer noch eine P90? Junge, ihr springt nur noch. Ja, das ist so ekelhaft mit dem Hammer. Bitte, Odemann. Investier in mich, Odemann. Investier in mich. Nein, warum hast du nicht? Ich gebe dir das Ganze zurück, du weißt. Wenn du Hammer hast, ich helfe dir. Man muss halt auch treffen, ne? Das ist das Problem. Ja, Digga, also das ist ja anders, GG. Man macht gar kein Damage mit dem. Ja doch, wenn man genau raufhaut. Nein. Also ich habe gerade Damage umgekommen von André gerade. Ja, das ist schwierig irgendwie. Ich habe ihn! Nein. Ja, okay. Mirkan hat automatisch gewonnen. Was ist das für eine dumme Map? Also wirklich. Freunde, da habe ich keinen Plan, Digga. Also wer den Hammer macht, wo man halt wirklich auf einen raufhauen muss, in einem Gun-Game, ist vorbei. Okay, Freunde, wir haben das jetzt so gemacht, dass wir geskippt haben, weil das ist, Mirkan hätte automatisch alles rasiert. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, weil er wäre unbesiegbar gewesen, weil mit Hammer zu killen ist ultraschwer. Man muss springen und sogar noch auf einen raufhauen dabei. Okay. Der klaut, oh mein Gott. Oh mein Gott, I have one HP. Oh mein Gott. Ich habe Ex-Kalibra. Nein. Und du bist tot? Nein. Nein. Okay, aber egal. Zwei Kills, einmal sterben, ist okay, Freunde. Was? Ich war gelöscht. André! Du bist so ein Wall. Danke, Mann. Es ist so schön, war nie jemand zu mir. Ich weiß. Danke. Ey. Jetzt ist bei mir das Hammer fest. Ohne Mann, du Ehrenloser. Also das, das für alle Dings wieder zurückbekommt, Digga. Ja, muck lieber nicht. Guck mal, Kalle nehme ich jetzt auch mit der Pistol hops. Er hat eine Pumpgun und ich mache ihn mit der Pistol los. Ich gehe kaputt. Ich gehe. Nee, 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 nee. Ich weine, bitte. Komm, ich weine. Ich weine dich, André. Ja, bub mich mal. Ich bin der Bubmaster, falls du nicht wusstest. Ich bin der... Ja, lieber nicht. Bub. Ey. Ja, also jetzt... Ist auf dem Dach? Ich bin der Hammer, ich kann mit der Waffe nicht spielen. 1, 8, 5 Schaden. 1, 1, 5. Welche, meinst du mit Bogen? Mann, ich stehe vor und gucke nach oben. Ja, doch, Digga. Du musst halt nicht nachdenken beim Schießen. Glaub mir. Du musst einfach denken, okay, das ist der richtige Weg. Das ist der Weg. Ich habe Mirkan zum Monster gemacht. Das hätte ich nicht sagen sollen. Oh mein Gott. Er hat mich komplett auseinandergenommen gerade. Okay, die Waffen werden immer schlechter von Rarity her, ne? Yes. Oh, Digga, mir wird je... Mein Gott. Nein, ey, mit Bogen ist halt ekelhaft. Oh, Digga. Aber wenn man die Waffen erstmal hinter sich hat, glaube ich, geht es relativ einfach. Wir schaffen das, Friends. Wir schaffen das. Am Anfang habe ich immer ein bisschen Struggle. Wer klaut mir, Bro? Yes. Das ist jetzt so auseinandergenommen, oder, Mann? Ehrenloser Mensch. Geh schlafen, Junge. Geh du schlafen, Junge. Geh duschen. Geh duschen. Geh duschen. Bitte. Na, Junge, ey, wer macht... Haben wir die Regeln? Haben wir die Regeln, wenn man ein 1-1 macht? Darf man nicht abstauben? Hä? Das ist die Ehrenmann-Regel, die niemand befolgt. Ist so. Gibt's nicht, Digga. Bro. Ich hab dir Headshot gegeben mit der Waffe. Ja, die ist wild, die Waffe. Dieser Bogen ist unmöglich zu... Bitte. Ey. Komm mal. Mirkart, heute rum und macht mit. Die macht 70 Schaden, die Waffe. Diese Explosionsschaden-Waffe. Man muss abstauben. Ist gar nicht möglich, jemanden zu killen. Ich hab den Müllbogen. Was soll ich denn sagen? Ich hab jemanden gekillt. Digga, bitte geht auf Kalle. Bitte, wenn ihr... Wenn ihr alles liebt. Ich wollte so diesen ekeligen Bogen loswerden, was das bedeutet. Ich muss auf dem Hohen rausgekämmt. Lass Kalle in Ruhe. Der hat nicht geschlafen. Das fand echt so. Das fand ich so. Ich hab nicht geschlafen. Aua. Gwingo ist sauer. Ich hab den Railgun und automatisch kacke. Okay. Railgun, cool, Digga. Also, diese Leute wollen einen aggressiv machen, Freunde. Kann das sein? Ist so. Ich schwör ja. Man kriegt nur die schlimmsten Waffen, Digga. Oh mein Gott. Okay, okay. Drei Railgun-Schüsse auf einmal auf meinen Kopf. Ja, okay. Wenigstens haben wir jetzt alle drei eine. Ich nicht. Nee. Ich hab eine Mini-Gun. Oh, du, man hat eine Mini-Gun. Oh, no. Ja, okay. Oh, du, man führt. Falles Dogwater. Yes! Das war's für euch, Digga. Jetzt sind die Waffen vorbei, Junge. Das war's für dich, Junge. Okay. Der Dachcamper da oben, da lassen wir das mal. Ja, ekelhaft, der Mensch. 31er Move, ich dreh mich wieder um. Ich bin echt da runtergekommen. Ja. Das ist ehrenlos, was du da machst, André. Nein, ich wollte in Milkan investieren und jemand staubt mich ab. Digga, ja, normal. Es ist Odoman, der sonst nichts alleine auf die Reihe geschützt bekommt. Hä, ich bin ernsthaft? Was ist das Spiel? Was willst du? Oh, no, du warst gar nicht abstaubt, Mann. Oh, du warst einen Glücksrad in den Roblox genommen, Digga. So einer ist er. Ja, ich höre. Willst du auch um mich investieren? Nein, mach mal. Ich sehe Kalle nicht, weil er ganz explodiert. Was ist das für eine Waffe? Ich kann es nicht sehen, weil mein UI ist so klein, dass ich ihn nicht sehen kann. Weiß ich nicht. Wirkan. Ja, ja, ja. Guck mal, guck mal, André, dich abstaubt jetzt. Ich schieße auf dich, bin doch nicht doof. Äh, ich schieße auf Milka, ja. Ja, okay. Hast du eine neue Waffe bekommen gehabt? Ja. Nein, nicht durch mich, durch Odoman. Nee, nee. Ich habe... Wie, hast du Odoman? Odoman, der killt nicht, ich habe auch noch die Railgun. Jungs, ich... Nein. Ich bin, ich bin... Komm, ich investiere. Nein, ich bin ein Damien, der durch die Gegend läuft, killt mich. Ich laufe auch mal weg. Wo ist Milka? Ich kack mir in die Hose, ehrlich. Ey, nee, ich kriege natürlich den Kill nicht. Ich habe die Waffe nicht bekommen. Ja, gut so. Ich habe die eklige Inklusionswaffe in einer halben Stunde. Ich will trotzdem nicht, André. Oh mein Gott, Digger. Ich habe noch eine Waffe. Maschallah. Ja, okay, bei Milka ist es broke. Schade. Echt jetzt? Ja, ja. Also, ist es Odoman gezwitscht? Ja, wenn ich Odoman kill... Ich bin der Echt Gegner, Jungs. Warte mal, warte mal stehen. Okay, vielleicht muss man den ersten killen oder so? Ich check's nicht. Ja, Freunde, gerade ein bisschen verbuggt, aber wir finden das schon raus. Hat gezwitscht bei mir jetzt. Ja, okay. Dann ist wahrscheinlich wieder alles normal. Geht's weiter, oder was? Ja, ja, safe. Okay, bei mir läuft normal, alles cool, alles flüssig. Wie bei Kallis Bad Wars Map. Oh nein, Jizzy Gun. Hä, ich feier die auch nochmal. Ja. Ich seh halt nicht. Ist doch sehr OP. Okay, aber ich riech schon Odoman wieder wie er Abstand von irgendeinem. Ja, Odoman. Das glaubst du. Das weiß ich nicht. Oha, Mirkan schreckt sein Odoman an und macht selber. Schade. Nein, ich war über euch. Ich hab zwei Hits gemacht sogar. Ich hab den kill nicht bekommen. Nach einem 150er-Hit. Irrenloser Mensch bist du mir klar. Siehst du was? Ich seh nichts, Digga. Ich war so ein Blub. Ich war so ein Blub. Ich hab nichts gezählen. Ich hab in dein Auge geschossen. Digga, mein Charakter war einfach ich selber dann so richtig fett. Kalle, wilder Move? Digga, das war eigentlich voll krass. Das war dieser ich-hab-nicht-geschlafen-Move, Digga. Also der war ja anders cringe. Ich war voll versteckt. Ja, und nochmal. Ich weiß halt nicht, was für eine Waffe ich hab. Bei mir ist es random, Digga, weil es zu klein ist. Digga, ey, bei mir ist auch. Ich hab Samurai eigentlich wie eine andere Waffe bei mir, ne? Oh, ich hab diese Kobra. Die ist tasty. Sag ich euch so, wie es ist. Guck mal. Warum mischst du dich da ein, Junge? Ich seh nichts, Junge. Bei mir wird unten eine Anzeige in der MP angezeigt, aber ich hab uns auch reichert. Ja, bei mir pump kann wieder, wo ich... Ich weiß nicht, wo du mal das bin verwirrt. Yes. Ehrenlos, du Ehrenloser Ehre. Yes. Ehrenge. Entschuldigung. Warum rutsch ich so wild? Hä? Das war ein Bug, oder? Ich krieg... Ich find... Meine Waffe switcht nicht. Jetzt hab ich einsam... Ich glaub, das ist so geregelt, wenn man zweimal denselben killt, dass man nicht eine andere Waffe bekommt. Aber unten in der Leiste ändert sich die Waffe, Jungs. Stimmt. Also, wenn die trotzdem gewinnt, gewinnt ihr trotzdem. Okay. Weiß halt mit André, wenn die trotzdem gewinnen. Ehrenlos, Mirkan, dass du ein ehrenloser Mensch bist. Wilder Kampf, Digga. Wilder Kampf, muss ich sagen. Aber wie viel braucht man? Was ist das? Es sind nur noch... Ich glaub, du bist 30. Ich bin mir nicht sicher. 23, 20. Brauchst du. Bei mir hängt's bei der Kackwaffe halt rum, Digga. Ich check's nicht. Aber ich hoffe, du kriegst sie auch für immer, Digga. Das ist der Fluch. Ich bin bei der Pampstack. Aber bei der ekligen. Ich wollte mal keine neue Waffe bekommen. Wie kann Orte am Mann dann bei 25 sein? Check ich nicht. Ich bin bei 26. Hast du mit Steinschuss jemanden gekillt? Nein. Ich bin eine davor. Nein, ich glaub Steinschuss verbuggt, ne? Nein, ist nicht. Kuss geht raus an Kalle, Digga. KP Kalle, no sleep. No sleep. Ich will weinen. Der Wirk hat mir so in den Arm geschossen, Digga. Das hat ein bisschen wehgetan. Echt. No sleep gang, Hashtag. Möchte jemand mir vielleicht ein Kill gönnen? Dann bin ich ein anderer Waffe. Das ist ja voll cool. Auf jeden Fall nicht. Ey, ich hab euch so viel Kicks vorbereitet. Oder mal das Elmwasser getrunken, Digga. Digga, ich hab die ickige Raygun. Wenn jetzt jemand gekommen wär zum Abschlaumen, ich hätt geweint. Ich sag dir ehrlich. 180er in dein Gesicht? Pass auf. Ich lauf so weg, dass du den nicht bekommst. Aber bin ich der Einzige, um dem es gerade die komplette Ehre geht irgendwie? Ja, immer. Aber wie ist es chillig? Guck mal, er wird wieder... Aha. Ich beide 180er, keiner stirbt von euch. Ehrelos. Ey. Ich schlafe nichts. Das war... Eil, so. Das war so's Rech, Digga. Der hättest schon eine Anzeige gemacht. So ein Ding war das. Anzeige ist raus. Wer klaut mir jetzt schon wieder? Ich von hier oben vom Dach. Es ist so dunkel, man sieht Odo mal nicht wegen seinem Skin irgendwie. Wer klaut schon wieder? Oh, Autosniper. Es ist so dunkel, man sieht Odo mal nicht. Ich guck ja in weißen Skin. Hä? Warum siehst du mich nicht, André? Bist du blind? Wer staubt jetzt ab? Ich. Niemand, okay. Hinter dir! Junge, bist du blöd, Kalle? Junge, geh bitte schlafen. Du weißt, dass Odo mal gerade gewinnt, ne? So soll die Flinten schon durch, oder nicht? Und er ist aber der Flinten auch gar nicht so rum, wenn ich blöd. Schade. Ich dachte, du checkst es nicht. Aber Kalle hat den Lohi-Koll, Digga, mit seiner Waffe. Na bitte, Cloud. Bitte, Cloud. Na bitte, Cloud. Und the boys in the yards. In the close. My boys in the yards. And the better than yours. My boys. Boys, boys, boys. Kimi, Kimi, schnell! Nice. Hab dich! Kalle darf nicht bekommen. Der Unverdiente, Digga. Komm mal. An ihm. Mirkan hat 31 Kits. Das ist halt echt so. Ich hab 21, aber ich darf nicht kriegen. Hä? Oh mein Gott. 31, das du klaust. Digga, ganz kurz. Das ist einfach. Oh, der trifft sogar noch. Ah, das ist so schlecht, Digga. Wieso hab ich schlechtere Waffen als hier, obwohl Mirkan schon weiter ist? Er hat noch so Double Pistols und so. Ich hab Sniper, Digga. Double Pistols. Ich hab RPG, Bro. Ja, aber du bist genauso weit wie ich. RPG ist bei mir schon durch. Ich hab irgendeine Gümmelsniper in blau, Digga. Guck mal, guck mal, guck mal. Bitte hat mich jemand anderes als Otoman. Bitte! Nee, ich war's, ich war's. Digga, Otoman macht Impulse. Er kommt durch Kanalisation und so, ne? Ist so, ich bin im Popo. Mit Kalle, bitte. Otoman. Digga, ja, lass den kurz hopfen. Hab ich mit mir, alles gut. Ja, du Ekelhafter! Ja, ey, das ist aber wieder dieses typische Gun-Game, wo jeder eine andere Waffe hat. Das ist irgendwie schade, Friends. Nein, das ist doch die gleiche. Ja, hast du auch die graue Einschuss-Sniper wie ich? Nee, hast du nicht. Ja, ich hab jetzt die durch, weil ich halt jemanden gekillt hab. Nein, du hattest Autosniper, Bro. Ja, und ich hatte jetzt gerade die One-Shot-Sniper. Guck mal bitte, wie viel killst du hast. 32. Ich hab jetzt ne, ich hab ne normale graue Sniper. Diese normale Gümmel-Sniper. Habt ihr die auch? Ich bin da, komm, ich hatte sie. Komm, tötte mich. Nein, 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 das ist verbuggt. Alles gut, ich will ja keine Dings, aber es ist nicht das gleiche Dings-Reihenfolge. Du willst Almosen, weil du rumheulst. Komm. Das ist nicht die gleiche Reihenfolge. Komm, du kleine Almosen. Das wär doch dumm, wenn's die gleiche Reihenfolge ist, wenn wir stacken bei den Waffen die ganze Zeit. Boah, wir hier einfach treuen und Kalle uns die ganze Zeit killen will mit seinem Schmerz. Ja, und trifft nix. Ich schwör, Digger. Guck, Mirkan hat jetzt Raketenwerfer. Er hat mehr kills als wir. Den hatte ich schon. Ja, aber weil ich ganz oft die falsche Person gekillt hab. Nein, 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 das ist glaube ich einfach ein Bug. Denkst du? Ja, fair. Ja, ja. Aber wir sind ja bei Raygun gestuckt. Stimmt. Komm schon. Hä? Jetzt kommt der, jetzt kommt der, Digger. Nein. Komm schon, komm schon. Boah, schwierig. Ich bin ein bewegendes Ziel, Jungs. Ihr müsst mich treffen mit eurer Sniper. Hä, was hast du denn für ne Waffe? Er trifft nix. Ja, natürlich, Digger. Ey, ich schieß nicht. Ich schieß echt nicht. Ja, aber dann haben wir ja nicht dieselbe Reihenfolge. Oder hast du mehr kills als wir? Nee, du hast weniger sogar. Er hat eine nach mir gerade. Ich hab gewonnen. One. Go. Okay, let's go. So, wir kriegen verschiedene Waffen. Ich bin der rote Skin und bei roten Kalle. Es wurde wieder bewiesen. Rote Farbe ist meine Farbe. So ein Ding ist das. Letztes Mal hatte ich rot. Letztes Mal hatte ich rot. Nee, welche Farbe war ich letztes Mal? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben wir schon ein paar Waffen am Start. Und ich hab gerade gelesen, Freunde, 50 Eliminations. Wir gucken mal, ob wir so viel machen. Ich glaube nicht. Ich find's so ein bisschen schade, dass man halt nicht die Leute abknallen kann. So jetzt schon. Aber es wäre halt auch super schlimm. Ich glaube, wir würden uns so töten gegenseitig. Aber die Frage ist, kriegen wir immer das gleiche? Also habt ihr auch das gleiche Loadout jetzt? Nein, nein, nein. Ich hab ganz andere Waffen. Ich hab nur Müll. Ich auch bis jetzt. Ah, guck mal, die bleuchten und wir müssen Gold erwischen. Und kriegen trotzdem grau. Kostiggy. Wildiggy. Okay. Mit Motorrad sogar. Ey, wilde Mucki im Hintergrund, André. Oh, nochmal. Nee, 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 nee. Ich mach's noch mal in meinen Videos. Ich sag's euch. Warte. Ich schwör. Okay, nebenbei hab ich einfach eine Explosion kassiert, aber alles cool. Komm in Gold, komm in Gold, Gold. Oh, okay, ich hab Kampf gewonnen. Ich hab nur Müll. Das war's. Echt auch. Bisschen Müll, aber ist okay. Bis jetzt aber noch nicht einmal draufgegangen. Ach so, und wartet, Jungs, seid ihr bei dem Pet schon? Der Kalle hat das Pet schon. Wenn du das Pet öffnest, oh Mann, dann folgt es dir. Und wenn du draufdrückst, kriegst du Double Damage im Fight. Ja, das haben wir letztes Mal nicht benutzt. Ja, ja, das ist übelgeil. Ich hab einen Fisch. Wir haben direkt so drüber geredet, über Pet Simulator und so. Ich schwör, ja. Wir laufen zu sechs Pets hinterher. Was hab ich bekommen? Ja, wieder eine Pumpgun. Ist jetzt nicht so geil. Ich weiß gar nicht, ob wir unendlich Munition am Ende haben, weil wir haben jetzt nur 30 Schuss oder so. Was ist das? Oh, okay, die wird wert mitgenommen. Nein, ich hab Double Damage ausgewählt. Ah, wir behalten die und schmeißen die mal weg. Okay, easy, easy. Wir kennen ja schon ungefähr, wie der Death hat funktioniert. Deswegen werden wir hier auch nicht so draufgehen. Aber wichtig ist, dass dieses Max-Schild und so für dich, Odoman, gilt für den ganzen Fight dann. Also du musst alles mitnehmen. Was hab ich bekommen? Oh, okay. Oh, Revolver. Was ein Schmutz. Okay. Ich hab nur Müllwaffen bis jetzt. Boah, diese Kreise sind übel schwer. Seid ihr da schon? Kreise? Diese Kugeln, die so fett und dünn werden. Die sind schon längst dran vorbei, Odoman. Du musst dich einfach raufstellen. Du musst dich raufstellen auf das Erste, wenn es groß wird und dann ist es einfach nur kurz warten. Ah, okay, okay. Oh, Jacke wäre ein Lila. Aber nur ein Schuss, nice. Okay, hab ich letztes Mal übel verkackt, Freunde. Diesmal nicht. Plus 19 Schild, Alter, geil. Bitte, bitte. Oh, Junge, war das knapp. Okay. Ja, wie viel Leben habt ihr? Ich hab 71 Schild und 123 Leben. Du hast viel mehr Leben als ich. Sehr gut. Ich hab 68 Schild und 115 Leben. 70 und 125. Ey, die Musik wechselt sich sogar. Freunde, was ein Gamechanger. Man muss nicht mal Musik beim Karten drunterlegen. Ich schwör, Ehrenmann. Okay, schweres Scharfschützengewehr. Ich glaub, die Jacke wäre es da besser, Mann. Oh. Oh, oh. Oh, ich bin nicht einmal draufgegangen bis jetzt, ne? Ich bin schon dreimal oder so draufgegangen. Weiß halt, ob ich draufgegangen bin. Boombogen. Nimm mir mit, Digga, nimm mir mit, Digga. Der Booper oder was? Nein, ich bin draufgegangen, GG. Das war ich, war ich kurz einmal. Ja, Boombogen in Legendary. Warte, 50 Eliminations. Das ist, glaub ich, ein bisschen zu heavy. Wir werden mal schauen. Vielleicht machen wir dann auch eine Grenze, weil wir diesmal auch drei Leute sind. Ich hab Eis an meinen Feeds. Ich weiß nicht, welche besser ist. Ihr könnt aber gerne in die Kommentare schreiben. Welche hättet ihr mitgenommen? Nein. Junge, habt ihr es gesehen? Junge, habt ihr das gesehen? Hammersturmgewehr oder Seifensturmgewehr? Freunde, beides leider grau. Okay, gar kein Problem. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ich hab die krasseste, krasseste Waffe, der krassesten Waffen. Welche, sag? Spast in Gold. Oh mein Gott. Er sagt Spast. Du Spast. Die heißt doch so. Ja. Safe. Hä, wie heißt die denn sonst? Ohne T. Echt? Oh, Spast. Okay, warte, 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 warte. Freunde, jetzt müssen wir überlegen. Jetzt müssen wir überlegen. Letztes Mal bei Kalle im Fight hatte ich das Problem, dass ich keine AR hatte. Jetzt hab ich eine. Aber jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich glaub, wir lassen, weil das halt grau ist. Ich glaub, wir würden das erstmal so lassen. Äh. Was passiert, oder man? Junge, diese, äh, diese... Ey! Och, Digga. Oh! Ihh, Digga, ich krieg eine exotische Waffe und dann ist es der Eierwerfer, Digga. Oh nein, hier war ich jahrelang stuck, Digga. Och, das wird jetzt, ach, das wird jetzt wieder ewig dauern, Freunde. Ich hoffe, ich krieg das hin. Weil dieses Timing von den Dingern checke ich überhaupt nicht. Mal, der fährt jetzt runter? Eigentlich so, oder? Kann man jetzt einfach nach und nach? Ich glaub, er hat das geändert. Bei mir war das letzte Mal verbuggt. Ja, safe. Guck mal, diesmal ist Todes einfach. Du hast das schon 10 Mal gemacht, genau wie ich. Also, das ist sonst irgendwie. Ich hab Gold bekommen. Kann man sich gleich noch was kaufen? Ja, Lucky Blöcke, glaub ich. Ah, stimmt. Wir können uns ja noch Lucky Blöcks holen. Geil. Okay. Wir sind fertig. Wir warten natürlich auf die Leute, Freunde. Und dann Finish Fighting Star. Oder man kriegt nicht volle Sachen, wenn er nicht bis zum Ende schafft in 50 Sekunden. Oh mein Gott. Kalle, ey, wir müssen uns schnell was kaufen. Nö, Junge. 100? 20? Ich kauf mir die für 100. Oh! Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Bitte. Ich kauf mir die für 70. Bro, das ist nicht machbar, dieses Jump Level. Ah, ich weiß nicht, Friends. Ich glaube, ich muss eine Sache wegtun. Ich tu das weg, ich tu das weg. Okay. Ich hab Baba-Lowdorf. Wir haben ja noch Zeit, wir haben ja noch Zeit. Ich kann noch, ich kann mir nochmal einen für 100 holen. Wo ist der? Da. Ey, das ist aber Troll oder nicht? Große Frost schon wieder, Digga. Okay, warte, warte. Wir müssen die wegschmeißen. Wir packen die rein. Und sammeln die auf, Freunde. Das ist das beste, Lowdorf. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Obwohl die Waffe halt schon Baba ist. Ja, wir bleiben so, wir bleiben so. Oh, du, man kriegt jetzt gar nichts. Du musst mit in Fight, oder? Na, ich bin da, Digga. Okay, du kannst dir jetzt für dein Gold noch Dings kaufen. Lucky Blocks. Was nimmst du mit, Odoman? Können ein bisschen reinziehen. Bei Lucky Block. Wie viel Gold hast du? 112. Ich kauf mir die Monster. Ja, dann hol dir das dir. Ja, ja, hol dir das dir. Safe, safe. Ja, Digga. Aber mythisch, oder? Ja, oh mein Gott. Ich hab schon die mythisch. Ja, hä? Warum haben die alles so gute Sachen? Ich hab nix in mythisch, Junge. Egal, Freunde, wir gehen in Fight. Ich würd sagen, Jungs, wir machen erst mal. Wir legen erst mal 25 fest. Und wenn wir noch Bock haben, machen wir einfach weiter, Freunde. Lucky Block spawned. So, die Map ist ein bisschen anstrengend, Odoman. Wenn du runterfällst, kriegst du Schaden. Ja, das wär ja fair. Ja, unfair, wenn ich das für mich behalte. Hier schlafen. Okay, er hat wie Egg eine mythische AR, Freunde. Und Odoman kriegt wieder Glück in den Arsch gesteckt. Das war for Assists? Ja, ist doch genauso broken. Und... Ah, ich schlafen. Geschlafen. Geschlafen. Oh mein Gott, Double Damage activated. Von allen Seiten. Ah, ah, ah. Ich bin tot. Ich schlafe. Ehrenlos, André, du Ehrenloser. Geschlafen. Ich schicke dich jetzt schlafen. Gute Nacht. Gib dir sogar einen Kuss auf die Stirn. Ähm. Was geht, Kalle? Hi. Kalle, Hit. Oder mal kein Hit. VSS, Digga. Oh! Ah! Digga, boah! Ich schicke für immer in deinen Winterschlaf, du fettes Fett. Ich glaube, dass du Fuzzle verloren hast, Digga. Es ist traurig. Es ist hart traurig. Ah, doch. 25 Leben ist Elimination Goal. Ich habe halt null Fernkampf. Außer Dings. Geh schlafen, Kalle. Geh schlafen, Odo, Mann. Ah! Nein! Odo, Mann, fünf Kids. Ich habe zwei, Freunde. Was ist los, Digga? Aber ich bin auch, ehrlich gesagt, der Erste, der heute Morgen aufnimmt, Freunde. Das ist ein bisschen nachteilig. Sag euch so, wie es ist. Nein, du hast gar keine nachteilig. Du musst zugeben. Ja, save. Gib doch mal zu. Ist so. Finde ich auch. Ich treffe nichts. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Oh, ich spawn noch auf der Insel. Lucky Blocks. Oh. Ja, ja, die geben dir extra Bonis. Ich bin down. Ja, ich sterbe einfach an diesem Boden. Digga, was hat er sich dabei gedacht, dass man Schaden bekommt, wenn man runterspringt? Digga, ich habe die krasse Waffe in der Welt bekommen und dann Töne. Oh, Mann, du hast so Glück gehabt. Minigun! Da hab ich gerade gezogen, Bro. Ich minigun dich, Digga. Ich minigun dein, dein, ich küsse dich. Hä? Hey, Kalle kriegt kein Damage. Hey, der Hammer hat einfach Hitboxes lebens. Nein! Und der kommt mit Minigun. Okay, das reicht jetzt, das reicht mir jetzt. Ich gehe nur noch auf Odomann. Ist mir auch egal. Ey, warum? Digga, weil du alles nur absnackst, Digga. Ah, der Hammer hat mich geschlagen. Wie in echt, Digga, nur am snacken. Woher weißt du das? Warte ist das nicht. Kuck, weg ist snackt. Wetten Odomanns Wort genau hinter mir jetzt. Ich brauche mich nur umdrehen und warten. Nein, ich bin bei Orange. Ich habe Kalle gekillt. Kuss. Ich wurde einfach kaputt gehauen von Hammer. Ja, Digga, er kommt mit Minigun, Junge. Und Kalle kriegt den Kills, das war so klar. Wir müssen uns Lucky Blocks holen. Ehrenlose Taktik. Und da ist ein Wilder, aber man rutscht die ganze Zeit. Ich raste gleich aus. Okay, hier nicht mehr. Ey, man rutscht die ganze Zeit. Oh, oh mein Gott. Ja, okay, aber es ist Müllwaffe, Freunde. Schade. Digga, ich werde gelöscht. Ich werde gelöscht. In der Zeit, wo wir... Ich habe schon gesehen, wie er die Minigun rausgeholt hat, Digga. Ach, du ehrenloser Säckel. Nein, du bist ein Säckel. Okay, wir haben Kalle aufgeholt. Wenigstens schon mal von Kills. Wo ich mit zwei gestartet bin. Das ist schon mal ein... Kleines Update. Oh mein Gott, wer hat da den dicken Headshot kassiert? Stell, 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 stell. Ihr ehrenlosen! Okay, okay, okay. Man hört nur... Das war's. Echt? Ja. Okay. Hey. Ehrenlos! Hey, wo bist du? Ich mache, ich mache den Five-Head-Move. Gib Kalle den Kill. Okay, sehr gut. Odoman darf den Kill nicht kriegen. Er hat elf Kills, Freunde. Digga, er ist halt echt maximal gerade am eskalieren. Ich habe Double-Damage. Ich auch. Ich bin da. Die haben Double-Damage. Warum aktiviere ich das nie? Ja, ich vergesse das auch immer, weil das Pad einen hinter einem ist. Man vergisst es immer. Der Double-Damage hat Odoman mit Klaus. Also Kampfschrutt-Finte war echt der größte Fehler, den ich machen kann. Die ist OP. So eine Feuerrate, ich kann nichts dagegen machen. Mann, diese Pump ist so ein Pump. Kalle, was ein Feind, Digga. Hammer links, rechts, ganz Zeit und wir fetzen uns. Man hat immer gemerkt, immer mit der Hammerkammer, wir kurz geshoppt zu schießen. Aber Odoman Swinigan ist trotzdem eklig. Digga, Odoman Swinigan ist echt. Digga, das ist er. Boah, hätte ich den getroffen, Freunde, dann hätte ich gewonnen automatisch. Okay, wir holen Odoman aber gerade ein bisschen auf. Das passt. Mein Gott, Hauptsache nicht runterfallen. Hauptsache nicht runterfallen. Ich habe mich selbst gekillt. Nice. Ich habe gekillt bekommen. Der Papon dreht sich. Wie eklig. Ja, ja, das ist richtig super eklig. Odoman, du bist so unfair, Digga. Nein. Ich habe mich fast noch gekillt. Jetzt kriegt Kalle den Kill. Du ehrenloser. Okay, es ist ziemlich knapp, Friends. Junge, wie unfair, Digga. Entschuldigung, dass die in dir spawnen. Du hast sogar noch gewartet. Das war schon ehrenvoll. Kann man nichts sagen. Warte, warte. Kalle kriegt gerade aufs Maul. Warte kurz. Ja, okay, ich warte. Alles gut. Ich habe auch vorgelegt. Junge, dieses Drehen von der Plattform ist so schlimm. Oh mein Gott, bitte. Jetzt ist es vorbei. Ihr habt verloren. Ich bin tot. Also jetzt gehe ich nochmal drauf. Ja, Odoman, ich gehe jetzt schlafen. Komm. Aber jetzt geht es los. Ich habe eine goldene Hammersturmgewehr bekommen. Digi. Hast du nicht. Doch, ich habe von Grau auf Gold abgegradet. Und habe nichts getroffen bis jetzt. Ich wurde vom Hammer gehauen. Dann kam Odoman, haupt mich auch nochmal. Naja, ich habe schon Half-Life, bevor du mich angreifst, weil ich ganz nett runtergefallen bin. Junge, diese Drehplattform ist das Schlimmste, was mir je passiert ist, Digga. Ich gehe da nie wieder hin, Freunde. Das ist das. Also, Digga, das geht gar nicht. Ey, was könnte Odoman noch? Wir haben vorher Eskarsette, Digga. Ist so. Okay. Das ist die beste war für ein Spielgefühl, Grad. Vf, Kasette. Äh, was geht, Abi? Nein. Er hat ein Double Pump, Junge. Oder man hat das beste Loadout der Welt. Er ist nicht mal durchgekommen, Digga. Wie kann das passieren, Junge? Er hat Lucky Blocks durchgeschmiert, Digga. Minigun, Double Pump, Digga. Er hat alles, Junge. Oh nein, ich bin wieder auf diese Drehplattform. Alles cool, alles cool. André, ich will dich nicht abstauern, aber ich stoppe dich jetzt ab, okay? Scheide, dass du's machst. Alles gut, ich hab mich selbst aufgestoppt. Alles gut, ich hab mich selbst aufgestoppt. Oh mein Gott. Wie viel steht's? Oh, du Mann, 20 Kills. Er braucht nur noch fünf Stück. Kalle, geh nicht drauf, bitte. Kalle spielt wieder wie Noob. Ja, bitte. Spiel wie Noob, ist's okay. Ihr VHS-Kassetten, ich sag's euch, ich nimm euch auf und schmeiß euch weg. Oha, warum bist du, like das? Ist so. Ja, ich hab ein guter gedacht. Ich will mir so hart Kalle holen. Bitte nicht. Kalle. Er hat mir Kalle geholt. Er hat mir Kalle geholt. Ey, warte, warte. Nein. So, ich bin hier André. Mit VHS-Kassette. Recorder. Alles gut, Kalle ist gut. Warum Kalle? Alles gut, alles gut. Nein, er hat mir Spaß im Mythisch oder so, Digga. In Gold. Ey, der Hammer hat mein Leben genommen. Ah! Alle Seiten. Von allen Seiten. Also alle Seiten. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh mein Gott, 20 Kills, 21 Kills. Sassi, ich hol das Ding jetzt nach Hause. Ja, warte. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Kann ich dich anschießen? Ja, aber du bist low. Ist okay, das ist okay. Das könnte gut für uns ausgehen. Vier Kills noch. Kalle, wenn du jetzt verlierst gegen Odemann. Versteckt sich. Alles gut. Es gibt Esel, okay? Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich wurde gelöscht. Nein. Ich bin selber gestorben. Und ich hab den Kill bekommen. Und ich hab den Kill bekommen. Alter. Kalle schießt sich jetzt von der Seite. Ich hab den Kill bekommen. Ich hab den Kill bekommen. Ich hab den Kill bekommen. Oh Mann. Okay. Wo seid ihr? Dick gelöscht. Ja, diese Pumpgun, One-Shot. Ich hab mich dran gewöhnt, weil ich sie immer aus Versehen in Fight mitgenommen hab. Der Old Man. Du wirst hier immer auf dieser Waffe bleiben. Ich sag dir, wirst hier lieber nicht. Ich wirst hier lieber nicht. Ich wirst hier lieber bleiben. Nein. KP Staubach. Ach, Digga, ihr seid so Schmutz beide. Ich will mit Empini spielen. Nee, 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 nee. Das Ding ist, man kriegt halt auch Leben da zurück. Das ist gut. Ich sag euch so, wie es ist. Das reicht, André. Ich kann mich auch raushalten, wenn ihr euch erstmal... Waffen wegmachen wollt. Es ist halt so ein Disrespect-Point an euch selbst, aber... Ich geh jetzt in die krosse Krabbe. Wer herkommt, hat selber Schuld. Es reicht. Es reicht nicht. Es reicht. Ich bin bei Mr. Krabs. Pass auf, er ist der Mächtigste. Warte, ich muss kurz Karl Opsen, weil der Muggler hat es von hinten. Nehmen wir uns kurz Full Guild. Und jetzt am besten jemanden abstauben, Freunde. Das wäre wunderschön. Ach, Digga. Ich hab gewartet auf Ehrenmann-Basis. Ich hab gewartet auf Ehrenmann-Basis. Hast du immer noch die erste? Ja. Nicht dein Ernst. Digga, das ist ja ganz traurig, Odemann. Bro, Digga. Ich hasse diese Rotpunkte, ne? Ich hasse sie. Die ist echt eklig, Digga. Wenn man damit einmal daneben schießt, ist es vorbei. Alles so, Odemann? Einfach nicht daneben schießen. Was geht? Ach, Digga. Ich hab fein von Kalle, Digga. Er kommt doch in dein Gesicht, Digga. Boah, gönnt mir doch wenn ich das Gesicht nicht fallen. Digga. Jungs, wir müssten ja Minecraft spielen, Digga. Was ist da los? Wir müssen ja Minecraft spielen. Hallo, Kalle. Pass auf, du kriegst auch immer noch die Kille abgestaubt. Nein, 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 nein. Darauf achte ich schon. Hallo, bleib mal jetzt stehen! Ey, bist du hingeflogen? Er hat mich fast getötet. Er hat mich fast getötet. Bist du hingeflogen, Junge? Das sah richtig aus, als hättest du geglitscht in real life so kurz einmal wieder zurück teleportiert. Digga! Ich komm nicht weg von der Waffe! Warte mal. Schweigesekunde für Odemann. Recht steht einfach immer noch Null, Digga. Hallo, Odemann! Eins! Eins! Zieh unter dich ab! Auf geht's! Alter, mein Fluch hat geendet. Ihr seid so am Arsch jetzt. Ihr wisst es. Das kann echt sein, ne? Ich schwitz um mein Leben jetzt. Ja, bitte. Woher willst du wissen, wo ich bin? Weißt du nicht, Digga! Ich hab gerade wieder... Hallo, geht's dir gut? Zum Glück fehlt der Discord das raus, Freunde. Sonst werden mein Ohr schon weggeplatzt. Okay. Kalle lacht auch die ganze Zeit. Man hört nur so... Man fehlt Discord und filtert das. Okay, Jungs. Kriegst jetzt so ein Drive-by, Slide-by. Kalle, wir müssen uns anstrengen, Bro. Das ist peinlich, wirklich. Peinlich. Digga, eigentlich ist Gun Game immer knapp. Was ist hier los, Digga? Das ist halt irgendwie alles deine Waffen. Ich hab das Gefühl. Du bist so gestaubt jetzt, Digga. Ach, Digga. Kalle hat nicht bekommen, oder? Ja, Kalle hat gestaubt. Ach, Kalle hat mich auch gestaubt! Okay. Das Ding ist, Kalle ist wieder full life jetzt. Yes. Where are you? Das feiere ich an diesem Gun Game. Wo ist der Paketboote, Digga? Was für ein Paketboote? Da! Hallo, ich hab ein Päckchen für Sie! Und zwar in Ihre Schlauze! Was, ein Fight! Kalle, bitte! Okay, okay. Ich hab mich raus. Kalle, bitte, Mann! Ehre, Digga! Kalle war ein bester Mann! Ich schwör! Das war schon ein bisschen cringe gerade, der Kampf. Oha! Die Map ist auf jeden Fall viel zu groß für drei Leute, Freunde. Aber genau das feiere ich. Nein. Nein, ich dachte, Kalle sieht mich nicht. Auf einmal dreht er sich um wie so ein NPC, Digga. Als würde ich so Quest annehmen, kurz bei ihm. Er läuft so an mir vorbei. Ich geh so neben ihn, er dreht sich um so. Oh, hallo! Du bist Questgeber geworden. Nein! Weg mit dir! Geschlafen! Ah, jetzt hab ich diese Hebelpumpt! Die ist so schlecht, Digga! Also in Gun Game. So ist die normal, ist die Welt, Freunde. Jetzt hängt um an die Schlauze wieder an. Ich wusste es! André! Nee, komm! Komm! Nee! Geschlafen-Modus in Fortnite! Wo bist du, Odo, Mann? Irrelos! Irrelos! Du hast, äh, du hast drei, äh, Beine! Wir schlafen! Das stimmt! Okay, wie sieht's aus, Jungs? Sieht gut aus! Where are you? Wer wird zweiter von euch? Jetzt der nächste Kill entscheidet. Ich sag euch so. Schüsse gehört, Schüsse gerochen, Schüsse werden verfolgt. Oha, du warst näher dran, als ich dachte auf einmal. Ja. Ich dachte, er wäre noch voll weit weg. Ich lauf so im Sprint-Modus alles drum und dran. Auf einmal steht er neben mir. Okay. Ich habe mich gestaubt. Ah! Paket bei Odo, Mann? Was hat er für eine Waffe? Auf jeden Fall eine, die besser ist. Die AUG. Ich treff nix! Komm mich hin, komm! Ey, 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 ey! Ehrenlos, Kalle! Also wirklich! Nein! Hat er nicht getan! Da hat er so ehrenlos abgestaubt. Alles okay. Alles cool. Ich habe nichts zu befürchten. Ah! Hinter mir! One-Shot-Pump? Hast du Odo mal gekillt? Nee, nee. Wollte gerade sagen. Mach dir mal. Ey, ich habe Ehre gemacht. Warum schießt ihr jetzt auf mich? Jürgen! Ich weiß nicht, wer dich abschießen soll! Odo mal! Ey, Junge, du hast keine Gegend. Du bist so ein Hund, Digga! Ach du bist so ein Hund, Digga! Wirklich, du bist der größte Hund, Digga! Wirklich! Du bist der größte Hund, Digga! Wirklich! Auf Ehre stellst dich mitten in den Kampf rein. Als wenn so zwei Leute sich draußen Schlägerei führen und du gehst in die Mitte und sagst, mach mal! Chill! Hast du aufhören, immer eine Pumpgun zu spielen gehabt? Ich habe immer eine Pumpgun. Ich weiß nicht, warum. Aber 19. Er hat 19, Bro. Nein! Okay, ich habe aber beide angehauen. Ich weiß nicht, wer mich gekillt hat. Oh, du hast mich gekillt. Hä? Oh mein Gott! Ich dachte, Kalle staubt ab. Guck jetzt, Kalle, du kriegst die Headys des Lebens. Hä? 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 Wie? Was hast du für eine Pfeil gehabt? Digga, du hast vier Headys bekommen oder so. Ich bin ein Bikini-Boat-Mafia. Sorry. Bro, ich habe die hässlichste Pump der Welt in mein Leben, Digga! Fortnite hat die hässlichste Pump reingebracht, Digga! In meinem Leben, Digga! Fortnite! 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 Okay. So. Wollen wir euch nur raten, was für eine Waffe ich habe? Ehrenlos! Ich habe eine Soße! Warte ab, Digga, warte ab. André, ich habe dich wirklich lieb, Bro, ne? Er staubt! Du Ehrenloser! Stell dich doch in die Mitte des Kampfes und sag, ey, ich mache Ehrenvoll! Soll ich? Okay, 24 Kills, 10 Minuten. Ich bin zufrieden. Oh, no! Ach, Digga! Bro, er kriegt Waffen! Die Waffen wissen nicht mal mehr, wer sie sind! Oh, mein Gott! Ich habe alles daneben geshootet! Ich hasse diese Waffe unendlich! Er war so low! Und... Und... Bro! Bro! Er war so lauer! Scar mit 100% Accuracy! 100%! Digga! Boah! Jetzt wird es persönlich! Sooo! Die Beleidigung habt ihr gerade nicht gehört, weil Odoman es hat wieder übertrieben, Freunde! Was glaubst du? Ich habe noch nie was beleidigt! Ich habe eine Stahlschusspistole! Pass auf! Stahlschuss! Komm doch! Was? Ach, ich werde für immer stuck bleiben auf dieser Waffe! Oh ja, es ist meine Zeit! Es ist meine Zeit, Jungs! Ab jetzt! Ab jetzt! Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, deswegen habe ich zweimal ab jetzt gesagt! Das ist meine Zeit der Tights! Ab jetzt Ehrenlosregel, weil ich muss abstauben, sonst komme ich nicht weiter! Na, Kalle hilft dir dabei? Na, Ehrenkalle? Ja! Ich habe verloren! Paz! Paz! Okay, schade! Ich dachte, ich wäre im Süpergerade, kurz für einen Moment! 27 Kids Boys! Wir haben 13! Beide wohl angemerkt! Guck jetzt! Und oben! Du weißt, du wirst es kassieren! Putz! 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 Pistel! Pistel! Oh mein Gott! Pistelfight des Lebens! Ich bin so schlecht! Aber echt! Schlecht! Okay! Hey, hör auf! Gringo, sauer! Ich hole mir erst mal Schild, bis dann! Ciao, ciao! Ach, jetzt bin ich full life! So, wer wollt denn mocken? Warte, bist du Daddy! Daddy! Eh, Kalle ist immer hinter mir! Egal, wo ich bin, Digga! Normal! Er ist richtiger Shadow Sneaker! 89! Ey, Mann! Babygirl! Wo ist Kabe Kackwurst? Er ist immer hinter dir! Egal, wo du bist! Ist so! Ich hab die Pistole! Ja, was hab ich für den Warfett? Der Warfett ist ja todesstrong! Digga, du hast Dings, Bro! Wo bist du, Shadow Sneaker 89? Hinter dir, wo immer! Nein! Er war wirklich hinter mir! Aber ich hab schon gewusst, dass er hinter mir ist! Deswegen war er in dem Moment nicht wieder hinter mir! Manchmal kann man Gleiter öffnen, manchmal nicht! Was ist das für ein Spiel? Manchmal trifft Pistole, manchmal nicht! Schnello Sneaker 89! Schnello! Ey, ich hab keine Chance mit dieser Waffe! Ich hab Mörderwaffe, Bro! Dieses Tod ist schnell! Aber die macht null Damage! Damage! Bitte! Ich will nur diese Herzen! Oh, hab ich, Baby! Okay, so langsam! Ich muss sagen, ich bin ein bisschen zurück! Zurück? Also schlecht in zurück! Ich verliere die ganze Zeit! Kann ich durchschießen? Oh, er kann da durchschießen! Die holen halt auf, weil sie bessere Waffen haben als ich! Ich krieg jetzt nur noch grüne! Oh, weg mit dir! Geschlafen! Geschlafen! Junge, ich wollte dich grad beleiden! Konnte nicht, weil Husten hat dazwischen gedings! Das war so ein Karma-Husten! Ich wollt grad irgendwas sagen, aber ich konnte nicht, weil der Husten war zu doll! Okay, wir machen weiter! Ist egal! Komm doch lieber! Junge, Gleiter ist so eine Pest, Junge! Ich hasse das! Hm? Ich muss, ich muss abstoppen! Ich bin bei UPS, Digga! Ich muss abstoppen! Nein! Oh mein Gott! Es hat ewig gedauert, das Digga! Also die Waffe war ja wirklich Schmutz! Ich bin immer auf Statt bei der Pistole! Ach Digga! Du hattest 12 HP, sei ehrlich! Weiß ich nicht! Ich weiß nicht, wie viel man dazu bekommt! Ich hab 100! Dann hatte ich 50! Oh mein Gott! Ich hab ganze Munition daneben geschossen! Nicht einmal getroffen! André, investiere in mich! Auf jeden Fall nicht! Ich nerf nicht! Ich hab hier ein paar Headys gezogen in der Zeit! Danke! Sag mich, du verlierst trotzdem! Nein, nein, ich hab ihn gehopst! Ja, ja, okay! Ich wollt grad sagen! Die graue Pistole wird ne Challenge, Digga! Ja, Digga! Er hat Spaß im Gold oder so, ne? Nein! Ja! Er hat geklaut! Er hat geklaut! Er hat geklaut! Er hat geklaut! Geil, geil! Ich muss wieder aufholen! Was ist los mit euch? Heilgleich, Digga! Okay! Wir kriegen das hin! Wir kriegen das hin! Noch 8K! Ich will gar nicht wissen, was man am Schluss bekommt! Mann! Ich hab keine Chance mit graue Pistole, Mann! Selbst wenn ich alles treffe, ist vorbei! Komm, Pistol Fight! Hier das One-Shot! Oh mein Gott! Ich bin mir Kaste zweimal daneben geschossen! Digga, ich hab graue AK! Ich glaub, das war's für mich! Geh raus aus deiner Krabbe, Junge! Junge, es ist Müll! Diese Waffe ist so Müll! Hä? Ich spawn und flieg direkt? Ehre? Kalle? Nein! Ich hab vom hinten noch einen Schuss! Ich hab Steinschiss! Investier mich, Kalle! Vertrau! Nein! Ich hab ihm nicht geholfen, ihn zu killen! Doch, hast du! Oh mein Gott! Wenigstens hab ich dich noch gekillt, weil das wäre sonst anders gewesen! Warum spawnst du in meinem... Wo? Okay, MK7! MK7 wird ganz, ganz schnell vorbei sein! Zwar nur ein Grau, aber... Ist euch mal aufgefallen, dass wir die ganze Zeit uns am selben Spot treffen? Ja! Ach, Digga, du bist ein Mülleimer! Wie heißt diese Mülleimer von Spongebob? Mülleimer! Flankton! André hat Rocket Rounds in der unten... Naja, aber ein Grau, der macht 50 Schaden oder so... Das heißt ich muss Abstopp-Basis... Er wusste halt, dass ich wieder hinter ihm bin! Ich hör ja auch Schritte! Äh! Ähm... Okay, du bist gerade gespawnt, ich. Okay. Du bist scheiß drauf, Junge, ich habe nur noch drei Kills, Digga, hast du gerade gespawnt? No Scope! Oh, du warst down! Ich habe mich selbst gekillt! Hast du den Kill bekommen? Ja. Nein, schade. Nee. Ich dachte, ich mache jetzt den Kill der Kills. Und Kalle kommt einfach. Kalle, bitte, sterb nicht. Kalle, bitte. Ihr Ehrenlosen! Ich bin nicht gestorben. Okay, zwei Kills noch, komm schon. Yes, der Hammer. Du kriegst jetzt nicht vom Hammer auf die Schnauze. Digga, ich könnte für immer auf diesem Level bleiben. Ich habe ihn fünfmal getroffen, dass man 20 Schaden oder so. Ey. Okay, vielleicht kriege ich jemanden abgestaubt. 25 Damage, Bro! Wie soll man das denn hinkriegen? Kalle, bitte. Kalle, bitte. Nein. Alles gut. Okay, wir müssen unsere Taktik ändern. Wir müssen unsere Taktik ändern. Ja, du hast mir gerade 50 damage mit einem Hit gemacht. Ja, man muss, man muss Dings, man muss Combo machen. Man darf nicht in die Luft springen und hauen die ganze Zeit. Oder man hat irgendwie einen kleinen Bug. Bei ihm stehen 30 Kills, warum auch immer. Ich sag, komm mal, Jungs! Los geht's! Okay. Wie gesagt, Jungs, nur No-Scope. Hört auf zu schummeln. Man sieht es, wenn jemand scoped. Ich werde so hart schummeln. Guck mal, wir haben ja scoped! Ich habe es gesehen! Ehrenlos! Schade von dir, Audemann. Ich habe die herzlichste Waffe in der Welt! Okay, du scoped, ich scoped, Digga! Nicht mal scopen funktioniert! Jeder hat gescoped! Ja, weil du gescoped hast. Jeder hat einen Scope for free, Digga. Einen Scope for free? Okay. Wenn er die Waffe hat, die er nicht mag. Ich habe meinen jetzt verballert, weil Audemann ehrenlos war. Okay. 2-0. Oh mein Gott, ich schwöre, ich war beim Spiel. Nee, ich habe nicht. Der war hart, Digga. Der war hart. Der war lecker, aber hat 3-2 in deinem Gesicht, Junge. Ja, ja, der war crazy. Da kann man nichts sagen. Okay, wir haben eine Guffelwaffe, aber das kriegen wir schon hin. Digga, ich bin so schlecht mit Excalibur. Okay, das war ja nicht mal close. Digga, ich verstehe nicht, warum Kalle so lange mit Excalibur braucht. Ich weiß auch nicht. Komm her, ich gebe die Pömpel-Snipe in dein Gesicht. Nein, 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 nein. Junge! Digga! Sorry! 33 Kills schon, oder man? Okay. 3-2-0, Kalle einfach null Kills. Ah! Er spielt Excalibur, trifft nix. Ja! Ich habe ihn getroffen und dann kommt er ein bisschen hier. Nein! Okay, dafür hast du mich, alles cool. Genau. Okay. 3-3-1, passt. 3-3-1. Wir sind gut dabei. 3-3-1. Wir haben auch immer Random-Sniper. Wir könnten auch zum Beispiel fünfmal miteinander Excalibur kriegen, Freunde. Das ist halt ganz cool. Aber könnte auch schwierig werden. Oh, das war so knapp, Junge. Nein! Ey, diese Waffe ist so broken. Warum zählt ihr als Sniper, Digga? Wegen der Munition. Ah! Kalle, das weiß ich. Ach so, Entschuldigung. Danke für den Tipp. Bitteschön. Alle drei Kids? Nicht schlecht, nicht schlecht. Where are you guys? Okay, rip. Sturbing! Ja, endlich! Oh, ich krieg die nächste Müllwaffe. Das kann nicht sein. Ach, das kann nicht sein, Digga! Geh schlafen, Jura! Geh du doch schlafen! Was hast du bekommen, gab es andere für eine Waffe? Na, ich habe jetzt diese Haslon-Sniper da, diese... Ja, weiß nicht mal, was für einen das ist. Ich bin Frau Rot, glaube ich. Ne, habe ich schon, bei dir. Ach, einmal im Spiel, ich habe doch einmal pro Waffe. Nein, nein, nein. Ach, einmal pro Waffe, okay. Dann wäre erover, Digga. Ich habe mich mit der Explosion. Hast du eine andere Waffe bekommen? Ey, ich habe schon wieder diese Sniper! Die wollen mich komplett auseinander nehmen. Guck mal. Jemand nicht gegönnt. Der Odermann gönnt gerade richtig. Was laberst du? Du bist gerade Platz 1. Ich habe zwei auf Kalle 4. Oh, stimmt. Zwei auf Kalle 4. Du gönst ja gar nicht. Bei Kalle wird einen Platz übersprungen. Ist so. Ich... Ich... Boot. Nein. Oh mein Gott. Nein. Nachladen, ich muss nachladen. Du, ich auch. Ja! Nein, geschlafen! Ey, ich habe sie wieder bekommen! Ah, nee, das ist Drachenode. Ey, Kalle ist nicht am Feuer gestorben! Warum? Ich habe genau unter ihm geschossen! Weil ich mächtig bin! Genau deswegen! Mh, stimmt wirklich! Mh, stimmt wirklich! Mh! Sparretter! Oh mein Gott! Nein! Pass auf, Raygun! Raygun, oh Mann! Hallo, Raygun, oh Mann! Ey, jetzt pass mal auf, was mit dir passiert! Kleiner... Die halbe Welt brennt einfach jetzt! Hat das die ganzen Webber gezogen? Hat das funktioniert? Hast du eine Waffe bekommen? Die schlafen? Ja! Sie rennen los! Okay. Hallo, Muck von der Seite? Ja, ich bin beim Feuer. Raygun, oh Mann, diga! Er ist für immer stuck auf dieser Waffe! Nein! Zu gut! Hat er dich? Ja! Ich habe ihn! Geil! Nein! Okay! Ja, Digga! Warum habt ihr alle so einen Autosniper-Dinger immer, Mann? Ich muss die ganze Zeit nachladen! Oh nein, oh nein! Wir haben dann eben geschossen, alles gut, wir haben ein bisschen Zeit! Ich muss die ganze Zeit nachladen! Ich muss die ganze Zeit nachladen! Gib zu, von Weitem ist es eklig mit der Automan, ne? Die verzieht so komisch! Übel eklig! Hä? Wann ist die so? Okay! Hab alle, alles gut! Ich habe wieder Raygun bekommen, ich kacke ab! Haha! Geil! Die ist eigentlich broken, Digga! Ich check's nicht! Guck mal, wie er zieht schon! Ehrenlos! Oha! Schade von ihm! Nein! Pumple! Pumple! Yes! Digga! Pumple-Zeit ist die ekligste der Ehren! Ey, ich krieg nur die Müllwaffen! Von allen Müllwaffen! Ich krieg die ganze Zeit diese Infrarot-Kacke! Diese Sturm-Sniper! Die ist die schlechteste! Obwohl, die hat eigentlich mehrere, ähm... Magazine! Ey! Oh, der Mann ist komisch! Der Laser lenkt unnormal ab, Digga! Man denkt, man wäre so eine Katze, die so Laserpointer hat, der herläuft ganze Zeit! Laser-Mann-Picke, Junge! Ist so, aber triffst halt nix damit! Hör drüben! Piu! 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 Ich hab mich gekillt! Ich hab mich gekillt! Headshot, Digga! Von Weitem! Pass auf, ich bin Jagdgewehr und dein Leben jetzt! Nein! Ich hab wieder... Ich hab Dings Schalldämpfer-Sniper bekommen! Oha! Verdient! Schalldämpfer! Ja, warum? War doch nicht so! Ich hab hier eine Gemeinung, Mann! Oh, du brauchst die Schalldämpfer! Na, ihr habt beide Jagdgewehr! Jetzt kriegt der Excalibur, Digga! Das kann doch nicht sein! Oh! Headshot! Jungs! Wollt ihr nicht gleich mich einfach ganze Zeit killen, Digga? Ich hab nur Müll! Nur Müll! Aber ich bin trotzdem irgendwie Erster, okay? Jetzt nicht mehr? Hey, ich sieh keinen! Ja, besser so! Oh, Ghost-Hits Lebens! Oh, Mann! Ich hab gesehen, dass du einig getroffen wurdest! Getroffen! Ja, okay! Er kriegt Excalibur! Excalibur! Und dann kriegt er ein VSS! Und dann kriegt er ein Jagdgewehr! Digga! Ich komm nicht mehr weg von... Ich hab Sturm-Vorhersage! Wetter-Vorhersage-mäßig! Ja, was hast du jetzt? Ja, guck mal! Ja, guck mal! Ja, guck mal! Die kleinen... Aber... Jetzt bin ich dran, Digga! Jetzt bin ich dran! Und das war's auch wieder! Heavy-Snipe! GG! Heavy-Snipe! GG! GG! Zwei Mal... Zwei Mal war schön, Friends! Beim dritten Mal nicht so! Okay! Oh, die fetzen sich! Nice! Come, Heavy-Snipe gegen Heavy-Snipe! Come, Heavy-Snipe gegen Heavy-Snipe! Come! Wenn du nicht draus! Weg mit dir! Ich glaube sogar, ich hab dich getroffen! Ich hab' wieder Ray-Gon! Digga, oh du, man ist einfach mit Ray-Gon, neue Main-Waffe! Geschlafen! Jetzt käter mich auch noch! First-Hitter mit, Digga! Er hatte dieses Sturmgewehr-Jagd-Sniper-Ding, glaube ich! Geschlafen! Was soll ich machen?! Ich hab' nur eine Chance zu treffen! Ihr macht Autoshot, Digga! Als würde man Arr gegen Sniper spielen! Komm, Arr gegen Sniper Metal! Bitte! Ich will doch noch einmal... Ey, ich muss jetzt eine halbe Stunde nachladen! Warte kurz! Ey, es ist so schlecht! Es ist so schlecht! Ich hab' Dings wieder in Excalibur! Ja! Schön für dich! Ja, danke, Bro! Okay, mein erster Scope am Anfang zählt nicht! Ich darf scopen! Ich hab' nur wegen Odoman gemacht, aber ich scope jetzt noch nicht! Behalt' das! Ehrenlos, du ehrenlos! Ehrensoß! Du bist ehrensoß! In Dings! Baguette! Oh, jetzt hab' ich mal ne coole Sniper! Komm da hoch! So! Und wieder ne Müllsniper! Digga! Zweimal cool, einmal Müll! Oh! Das war dumm! Warum springe ich runter, wenn ich nachladen muss? Das war das dümmste, was ich heute gemacht hab! Und ich hab' noch nicht viel gemacht, da kommen noch mehr! Geschlafen! Oh! Wie? Komm, Odoman! Von da! Was hast du wieder für ne Sniper, Bro? Wo ist das? Ich muss alle alle ... Ey! Er hat sie gleich wieder bekommen! È! Jace, ey Junge, ich krieg' grad nur Gottes Waffen! Ohloman ist erster einfach. Ohloman ist eine Maschine. Eine Bohrmaschine. Aua. In mein Knie ist ein Schwert gegitzt. Ex-Salibar. Ich muss mein Ziel benutzen. Konzentrier dich mal, Junge. Entspann dich. Ich habe das Schlimmste von allen bekommen. Entspann dich, okay? Gib mir dreimal Ex-Kalibar, ich bin erster. Das ist das Ding. Wir haben uns getradet. Ich bin letzter. Komm rein in mein Haus. Ich lade dich ein. Es ist so schlecht. Bitte. Ich will doch nur einmal. Bitte, bitte, bitte. Ich werde nicht letzter. Ich werde nicht letzter. Sehr gut. Ich habe VHS, André. Komm in close, komm. Wie Kassette. Hast du, hast du gezählt, du. Ja, war doch mein Ziel übrig. Ich habe doch einmal gezählt, jetzt darf ich nicht mehr. Ich habe nur am Anfang einmal gezählt, weil ich sage, Gnoscop, du ziehst hier eine ganze Zeit. Alter Wall, Alter Wall. So, nächster Down. Jetzt habe ich wieder Heavy-Snipe, GG. Das war es wieder mit meiner Streak, Digga. Komm, close, Kaffee. Ich habe mich gerade echt so gefühlt, Digga. Ich bin allen Bullets ausgewichen. Nein, ohne Mann. Schalli, komm. Ja, ich auch. Komm, jetzt kommt der VHS. Boom, 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 boom. Guck. Du bist so ehrenlos, Digga. Du bist so ehrenlos, wirklich. Ich wusste es. Aber trotzdem. Dass du die Waffe schon wieder hast, ist so frech. Weißt du, was sie wieder haben? Diese noch schnellere Waffe. Guck. Warte, ich nachladen kurz. Warte, tschüss, kurz. Ey, es ist so nervig, Mann. Bitte. Ja, tschüss, bitte, bitte. Ich habe wieder vor HS-Kassettenrekord, Digga. Okay, egal. Wir lassen es nicht. Wir lassen es nicht bei Ode-Mann sehen, bin ich ehrlich. Ich schwöre. Ich muss kurz nachladen, warte. Ey, es ist unmöglich damit zu treffen. Ich habe wieder vor HS. Unmöglich. Hey, 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 hey. Sag mir, Bruder, ich kriege nur kurz. Das war für Jungs. Ich bin tot. Er hat mich gekehlt. Okay, out, Sniper, let's go. Ich bin einfach tot, random. Ja, ich habe dich gekehlt, Junge. Bartz in dein Gesicht, Junge. Bartz in dein Gesicht, Junge. Bartz in dein Gesicht, Junge. Nein, ich habe Pumple, Sniper. Okay, add Pumple, add Pumple. Jetzt können wir aufholen. Kalle, geh nicht drauf, bitte. Ich versuch's. Nein, ich bin tot. Bulli. Oh mein Gott, der Ghost-Hit war anders. Ich habe drei Ghost-Hits von André bekommen. Ja, das war ganz komisch. André, kommst du spielen? Egal. Das Schicksal testet mich. Ja, ich hab dich, Daddy. Junge, Railgun habe ich wieder bekommen. Railgun ist OP, Junge. Ich habe die nicht einmal gehabt bis jetzt. Verdient. Verdient, okay. Oder man führt mit 26 Kids. Boom, Junge, in deinem Gesicht. Boom, Junge, in deinem Gesicht. Ach, ehrenlos. Oh, Heavy-Sniper, ey, ich hasse mein Leben, wirklich. Es ist so traurig. Geil. Ja, und er kommt mit seinem Laser, Junge. Wir müssen das jetzt regeln. Ehrenlos. Ja, jo. Wurde man hier schon fast 30 Kills? Schlaff. Natürlich, Kali kriegt auch eine Railgun. Natürlich. Ich bin aber nicht damit. Ah, okay, ich kriege wieder Infrarot-Sniper, Digga, alles klar. Ich habe nicht einmal eine Waffe bekommen, die mehrere Schüsse hat, glaube ich. Noch einmal habe ich diese andere bekommen. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Oder hat er dich mit dem... Ach, Digga, du bist so schlecht, André, wirklich. Hä? Nee, nee, du bist schlecht einfach. Weißt du, kriegst du jetzt Karma? Ich krieg mir die ganze Zeit nur Goldsfits von André, ist das Ding. Er kann mich irgendwie nicht hitten. Ja, wenn ich gegen deinen Fuß schieße, dann kriegst du irgendwie keinen Schaden. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ich hab die mächtigsten Füße. Ist so. Okay, wir hören Schüsse. Keiner geht drauf. Sehr gut. Unsere Chance abzustauben. Unsere Chance daneben zu schießen. Ey, Odemanns Ohrläppchen wurde getroffen. Er hat ein neues Ohrring. Odemanns Fußläppchen wurde getroffen. Und ich werde getroffen, Kalle. Was hat das für einen Sinn gemacht gerade? Was? Ich weiß nicht, warum ich dich treffe, wenn ich auf Odeman ziehe. Er schießt auf Odeman, trifft mich, Digga. Okay, wir laufen wieder hin mit unserer eigenen Schuss. Junge, diese schallgelämpfte Scheißwaffe ist so scheiße. Oh, Digga. Endlich. Ah, okay. Wir haben eine Kobra bekommen. Damit bin ich zufrieden. Die hat wenigstens drei Schüsse oder so. Ich hab nicht einmal eine Railgun bekommen. Gar nichts. Aber kriegen wir schon hin, Friends. Lass uns nicht runterkriegen. Schießerei geht los bei denen. Ist aber kein Problem. Einer down. Wahrscheinlich Odeman. Weil der Jagdgewehr hat nonstop. Ja, ja. Oh, Excalibur Boys. Ihr habt ein Problem. Odeman, wo bist du? Du bist gleich one shot. Putz. 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 Nein. Kalle, wir haben einen gemeinsamen Feind. Ey, ich mach gerade den Kalle. Erster down. Oh, hab ich einen Ranger-Waffe. Ich hab so Karma kassiert. Egal, wir haben Ranger-Waffe. Das ist gut, das ist gut. Odeman hat nur noch zwei Kills im Vor-Dings. Kalle hat aber gute vier Kills, Digga. Im Voraus zu Odeman sogar. Ja, ist kein Problem. Das Ding ist, das Schicksal küsst mich jetzt und gibt mir nur noch gute Waffen. Ich hab die ganze Zeit schle... Heavy-Snipe. Ey, Digga. Ich hab 20 mal Heavy-Snipe von 25 Mal gehabt. Klaus-Kampf. Yes. Digga, ehrenlos. VSS. Oh mein Gott, ich hab dich gedrive-by, Digga. Ich weiß nicht warum, weil ich hab irgendwie mal dieses Gefühl, dieses Irrwü-Machen zu müssen. Keine Ahnung warum. Ja, das hab ich auch. Als ob... Ja, Gott, warum? Digga, du mit deinem Zaun, Digga. Sturm-Ding, Sturm-Ding. Ja, jetzt geht's los, Boys. Es war schöne Zeit für euch. Bei mir ist es vorbei, ja, ja. Ich hab diese Schalldämpfe... Ich snipe das Müll. War eine schöne Zeit für euch. Aber jetzt reicht's. Du hast doch einen Scope-Free. Stimmt, ich hab meinen Scope sogar noch. War eine schöne Zeit, Jungs. Sputz. Bitte, bitte investier. Investier du mal, Junge. Kuss, Junge, kuss. Auch nochmal 29 Kills hier. Jetzt 30. Bei Kalle geht down, ich weiß es. Drei, zwei, eins. Schuss. Schade. Okay, okay, okay. Aber es ist close. Jeder kann noch gewinnen. Zwei Ex-Kaliber hintereinander und ich bin Erster. Nee, drei. Inzwischen. Ich hab hier drei Skills. Schade, Oderman. Schade. Oh, das war ein Ghost-Hit. Junge, 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 Junge. Bro, ist das so dumm. Ich hab Pumpe. Was soll ich denn machen? Toilette reinigen? Ja, ich hab 950. Junge, du hast 20 Mal Railgun gehabt. Beschwer dich nicht. Ich hab nur zweimal Railgun. Dafür aber alle möglichen anderen kleinen Waffen 20 Mal. Wilde Waffe, Oderman. So Esel-Paket. Oh mein Gott, ich bin fast noch an den Pumpe-Dingen down gegangen. Sehr schön, bin ich dir ehrlich. Hätte ich gefühlt. Bin ich dir ehrlich? Zwei Kills noch. Nein, der war strong. Pass auf, Pumpe-Kalle kommt. Oh. Hat er nicht getan. Doch. Ich bin selbst überrascht. Hä? Krache, ohne... Habt ihr das erste Mal jetzt? Kommt dort. Pümpel? Finde ich aber nicht so schlimm. Mag ich gar nicht. Vor allem No-Scope kannst du anfangen. Nein. Schade, dass du nicht mal in die Explosion reingehst und so tust du, oder mal als wärst du gekillt worden. Wollen soll ich das tun? Ich bin letzter, du Affe. Digga. Bitte. Ich hab Family Brot. Nein, bitte. Egal, hab wieder Helmysnipe. Kein Problem. Gewinner der Siegerherzen. Ich geh kaputt. Ich treff nichts. Digga, Zaunoman. Zaunoman ist wieder am Start, obwohl er nicht mal da ist. Ey. Nein! Heavy Snip is mein Girl. So wie Serkan. Heavy Snip is mein Girl. Serkan is mein Girl. Digga, was muckst du? Lass mich. Ich hab Heavy Snip, okay? Ey, ich bin im Sandwich. Sandwich? Sandwich. Belegt mit Käse und so. Yeah, boah. Ach, wieder Heavy Snip. Kein Problem. Ach, mh, das ist ja andere. Können wir machen. Snip an die Gini muss jetzt weißen. So ein Ding ist das. Hallo, ich muss nachladen. Ich hab Brot. Hallo, ich hab Brot. Schade. Was hat Kalle wieder? Excalibur? Ich hab Excalibur. Riptidier Sniper. Ja, okay. Aber ich hab mich gefolgt, weil er cross the map, no scope, Heavy Sniper Headshot. Ach, Heavy Snip, da sag ich schon, Dings. Mach er cross the map, nachladen. Okay, mach ich. Okay. Rudermann. Du hast drei Chancen, ich eine. Wir schlafen. Jagdgewehr, klar, nimm. Nimm. Wir zauern doch mein Geld, Digga. Ich hab zwar keins, aber nimm. Danke. Wie sieht's eigentlich aus? Ich hab 39, Rudermann 38 zu 37. Entschuldigung. Stopp. 38, 39, 39. Okay, richtig close. Friends, die letzten zehn Kills starten. Und nochmal stylish. Nein! Okay, Rudermann führt sogar? Die Maschine? Der echte Macher? Ich schlafe, Merch incoming. Ist so. Boah, man würde ich aber fühlen. Ich würde es mir holen. Ich bin tot. Oh, Excalibur. Ich hab deinen Strahl nicht mal gesehen. Ja, ja. So mächtig ist mein Strahl. Oh, yeah. Ich seh ihn selbst nicht. Deswegen pinkel ich immer daneben. Okay. Guck an. 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 Komm mal, wenn du dich traust. Hm, 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 hm. Ich hab mal Hammund, aber ich kann nicht wegmachen. Irrenlos. Hm, 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 hm. Jetzt kann ich's wegmachen. Bläh, war das eklig. Mein eigenes Haar. Geil. So eine halbe Stunde im Mund behalten bringt Glück. Okay. Okay. 40, 40, 41. Kalle führt. Neun Kills noch. Wir beide zehn, oder Mann? Es wird ein knappes Duell, Friends. Ich habe eine gute Waffe. Nein. Kalle macht wieder irgendwie random. Der macht sogar Augen dabei zu und Zunge raus. Ja, aber nicht wirklich. Also Augen zu jetzt nicht, aber Zunge raus. Okay. Okay, guys, wer are you's? Ich weiß, wo du bist, weil du dich nicht mehr bewegst. Du wirst immer auf diesem Dach bleiben. Für immer. Verdammt. Habe ich recht? Ja, habe ich. Weiterhin auf dem Parkplatz mit Lodemann. Ja, snack ich mir kurz ab. Gut. Ich bin abgesnackt. Danke, Diki, danke. Danke, Diki, danke. Zweimal hintereinander diese Repetierwaffe gehabt. Im Late Game habe ich ein bisschen Glück. Acht Kills noch. Chill, okay, chill. Ich chill. Oder fütter mal nicht Kalle die ganze Zeit mit Kills, Digga. Ehrenlos. Fütter mich mal nicht. Ich habe nicht. Ach, Digga, ich scope jetzt. Diese Waffe ist der größte Müll. Hast du auch... Guck mal, das war nur Glück. Pures Glück. Und das ist bei Kalle die ganze Zeit. Der Junge hat Lucky Block durchgespielt. Ist so. Das hat Lucky Block Format machen. Bitte nicht. Okay, ich muss nachladen. Nice. Barretta. Geschlafen? Okay, okay, okay. Besser holen wir mal als Kalle. Kalle braucht nur noch fünf Kills. Digga. Wie schön wäre es, wenn ich auch mal gewinne. Digga, warum aber auch Barretta? Ja! Oh, der kriegt wieder die krassesten Shit. Ist so. Die krassesten Shit. Shit. Oh, Kalle hat mich. Cringe. Nice. Barretta back. Kalle wieder aus seinem Haus. Where I use. Genau. Nobody know. Oh, Digga. Oh nein, so heavy. Ja, das ist jetzt eklig, Odoman. Das könnte dein Verhängnis sein, aber bei mir sieht es auch nicht besser aus. Also meine Waffe ist besser, aber ich treffe irgendwie nichts mehr. Alles gut, danke. Ja, okay, sorry, Digga. Hi, Dig, Diggi. Ja, wieder Dings, ich spray alles weg. Ja. Oh mein Gott, Odoman und ich beide Erster. Nein. Odoman fütter mich. Es ist so close. Vom Ding her muss ich Odoman füttern, ja. Kalle tot. Warum Odoman? Okay, doch nicht. Ihr könnt doch mal mir. Auf jeden Fall nicht, Digga. Ja. Stacke Taktik, Digga. Hat Kalle echt Jagdgewehr bekommen? Ja, aber ich treffe dich. Nicht im Ernst, Digga. Also wirklich. Hat wieder Jagdgewehr. Ja, ist okay. Noch zwei Kills. Zwei Kills, Odoman. Zwei Kills, Kalle. Digga, ist das close? Ist das so spannend? Bitte. Nein, bitte. Busch, Camperman, Kalle. Alles cool? Alles cool. Alles cool? Ich hab die ehemalige Waffe der Welt für den letzten Kill. Dieses Sturm-Ding. Ich krieg hier nicht tot. Nein! Noch einmal. Meine letzte Waffe ist der Raygun. Excalibur, Excalibur. Digga, André kann es halt auch noch gewinnen. Ich gehe kaputt. Ist das so? Oh mein Gott. Excalibur, Excalibur. Heavy-Snipe, GG. Das war's. Ich hab verloren. Ja, dass der nicht trifft, Digga, ist schon sad. Ja, Kalle hat gewonnen. 2023 minus 2055 sind 23? Boah. Das stimmt sogar, oder? Digga, das sind meine Opis schon, gell. Oh mein Gott, cringe. Okay, egal. Wir lassen das drinnen, Freunde. Ihr wisst, ihr habt eh schon alles von mir gesehen und gehört. Ja, Mathe, das ist nicht deine Stärke. Heiden Sieg auch nicht. Und Mathe, ich bin eigentlich gute, Mathe. Du hast einfach drei Headshots in dein Gesicht bekommen. Ich bin einfach krass, Digga. Jetzt warte mal, Digga. Dein Ego wird hier jetzt gebrochen, mein Freund. Au. The pump. Okay, entspannt euch alle auf mich. Tamam. Entspann dich. Tamam, tamam. Es steht da nur in der Ecke drin. Ich stehe jetzt andere seit der Ecke. Was laverst du? Das ist nicht dein Ernst, Bro, dass Kalle auf dem Auto steht und irgendwo hinschießt, Digga. Ja, das war schon wieder so richtig. Ja, auf mich und nicht auf dich. Das sagt halt schon alles. Warum hast du Schild? Okay, Freunde, wir haben nur 30 Kills am Start. Und wenn es so weitergeht, müssen wir zwei Runden machen. Ich liebe es zu triggern, wenn ich erster bin. Aber ich hasse es, gechiggert zu werden. Mann, André! Mann, ey, guck mal, Mann. Mann, Jungs, wie soll ich das denn hochladen? Das geht doch nur zwei Minuten. Kleiner Pisser. Oha, was ein wilder Kamin. Guck mal, ich halte mich ein bisschen raus, Jungs. Ich halte mich ein bisschen raus. Ihr macht ehrenvollen Fight, okay? Sehr gut. Kalle ist so ein richtiger Arsch, Digga. Er ist so schlecht. Wo bist du im Kamin? Hä? Ich halte mich doch raus, habe ich gesagt. Ich chill ein bisschen. Wie lange? Guck mal, jetzt seid ihr doch ein bisschen. André, warum? Hä? Ich habe ein bisschen gesagt. Ein bisschen ist vorbei. Zwei Sekunden. Na, eigentlich habe ich mir nur einen Spot gesucht, wo ich euch zugucken kann, wenn ihr euch fetzt. Damit es halt nicht so langweilig für die Zuschauer ist. Okay, Odomann hier. Legt vor. Kalle bleibt halt im Haus, so, weißt du? Wir helfen ein bisschen Handicap, ein bisschen Handicap. Geschlafen. Ah, haltet dort. Wie geschlafen? Wie geschlafen! Er nimmt den Spot der Spots. Nein. Oh mein Gott. Oh, die Kalle-Waffe. Er hat die Pampen. Zehn Kills, Jungs. Beleidigen, sei ehrlich. Hi, Kalle. Was geht? Ey, du hast was doch verloren, Digga! Ja, du darfst... Ja, komm, hau raus. Okay, muss ich kurz konzentrieren? Wenn er gewinnt, brauche ich ihn nicht mehr beleidigen. Kriegt er aufs Maul? Ja, Junge! Er hat fast aufs Maul bekommen. Er hat 1 AP. Hey, Digga, was ist mit meinem Aim los? Du bist ein Hut-Sohn. Hut. Der Sohn, der hat einen Hut. Und der kann nicht den Hut. Na, Hutten, na, Hutten. Guten Abend. Guten Morgen, Hutten, Abend. Okay, lass mal aufhören, sonst beleidigen wir echt noch. Oha, die Stani-Waffe. Ich hab nichts mehr zu tun. Ich werde nie vergessen, wie du weggelasert wurdest mit dieser Laser... Habe ich gerade Wurst gesagt? Wie du weggelasert wurdest von Stani, Digga. Er hat alles getroffen, da hat man Controller-Aim seinen Onkel gesehen. Er hat mich noch nie abgetroffen. Mit dieser Waffe. Du Stauber, Digga. Ehrenlos, du sauger Stauber. Komm, Kalle, staub ihn ab. Schlafen! Ah, schade! Ey, warte mal, krieg ich jetzt Karma, weil ich die ganze Zeit gewartet hab? Ja. Hat er geklaut einfach. Bah! Er kommt von hinten und rießt mir den Nacken. DM Slider. Nein! Was? DM. Was? Okay, wir müssen aufpassen, was wir hier heute sagen, Friends. Ja. Ihr hört wahrscheinlich nur ein Pff. Pipp, 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 Pipp. Oder ein Delfin. Könnt ihr euch aussuchen. Schreibt rein, Delfin oder Pff. Boah, ein Delfin würde ich fühlen. Ich mach's schon. Sound-Effekt. Digga, dieser Sound hat mich so kaputt gemacht, dass ich mich nicht mehr trinken konnte. Du hast mich einfach mit Schall-Beschämpfung, wie nennt man das? Echle-Not-Attacke, Digga. Ich schwör auf alles. Ich hab so kurz nichts mehr gehört, wie so Granate in den Kopf. What? Random Fakten mit Dote-Mann, okay? Oh mein Gott, ich hab drei Hits gebraucht. Wusstet ihr, dass wenn Delfine auf Kugelfische kauen, dass die in ein Rausch versetzt werden? Ja, safe, hab ich auch schon gehört. Wusstet ihr, dass Kalle kein Aim hat? Wusstet ihr, dass ich auch nicht? Das ist auch nichts Neues. Ihr Rentner. Digga. Digga. Der Rentner hat 13 Kills, by the way. Ist genau umgekehrt. Der Älteste hat am meisten Kills. Der slidet jetzt in die DMs. Was laberst du, Digga? Slid doch mal einmal in meine DMs. Nein, möchte ich aber nicht. Die kenne ich doch schon. Fotos. Die kenne ich schon. Mach nicht, dann wirst du wieder gesperrt. Von meinem Gesicht. Weißt du, von meinem Gesicht. Dann wirst du auch gesperrt. Ich weiß noch, ich weiß noch an dem Tag, wo ich mit Kalle den Delfine aufgenommen habe. Da kamen diese Anime-Schul-Skins raus. Und er hat einfach gesagt, er sieht genauso aus wie der Anime-Skin. Hat er auch. Ja, tue ich auch. Würde Kalle 80 Kilo weniger wiegen dann vielleicht? Ja. Guck, sag ich das. Ich habe keine Ahnung, wie deine Wahrnehmung ist über die Welt, Kalle, aber ich glaube, du lebst ganz woanders. Ich glaube, du bist ein Alien sogar. Ich bin ein Alien. Was ist ein Alien? Mit E? Mit E, ja. Alien. Ich bin ein Alien. Hi. Hä? Was war das, Digga? Kalle ist bei mir einfach weggeslided. Irgendwohin, Junge. Hä? Habt ihr das gesehen, Freunde? Was war das? Chill, André. Ey, diese Waffe ist so müll. Oh, Kalle ist ja neben mir. Hi. Das ist ein No-Scope. Okay, doch nicht. Ey, jetzt stack ich wieder auf der Dingskunde. Ey. Na, hör mal. Ich gehe mal eine halbe Stunde nachladen. Warte. Oh, ich liebe dich. Du bist ein schöner Lieber. Ich habe investiert. Hat er nicht damit rechnet. Oh, erzähl dich, habe ich investiert. Der Kalle ist so random. Er springt und schießt, Digga. Als wäre er Jackie Chan oder so. Ich bin Jackie Chan in Fortnite. Das ist halt wirklich so. Ey, jetzt ist der Doppelpumpgun ist so... Danke. Ich war los. Raketenwerfer? Komm, die Göln. Bröder und Schwesters. Wir haben uns hier heute versammelt. Ich vermute mal eine Raketen zu werfen. Ey, du fette Sch... Hä? Was ist denn da passiert? Hallo? Hallo, Marcel, da hast du es. Hä? Was ist denn da passiert? Hallo? Da ist der Mavis. Ach, nee. Jetzt kommt der, Digga. Er stammt von hinten ab. Der eklige, Digga. Gar nicht dir. Ich bin ein Engelian. Ey, Laserman. Chill mal ein bisschen. Ich habe Laserbeam. Beam. Oh, mein Gott. Was halt kein Headshot reingeht. Ich weiß halt nicht, was los ist heute. Aber irgendwie ist so es. André, bin dir ehrlich. Mach Sitz. Mach Sitz. Ey, Mann. Schade, dass meine Hunde nicht auf mich hören. Ich habe Dings. Wie heißt das? Ein Laserstrahl. Ich kann's H-OP machen mit Laser. Digga, der Raketen-Dings hat mich gebremst. Der Granatenreffer? Du bist dagegen gesprungen. Ich bin dagegen geslide. Er hat mich gebremst. Du kannst Kalle absnacken, wenn du willst. Hab ich. Nice. Ich habe einfach wieder Rückschrauben gegeben. Ich habe eine Waffe, aber ohne. Also, okay. Also. Ich hasse Bogen in diesem Spiel. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat, aber diese Person, die Bogen entfordert. Ich schliebe dich schon in meinen Limm. Digga. Investier. Was ist los, Alter? Investier, Mann. Ich brauche nicht mal nachdenken. Guck mal, ich mache Augen zu. Aber das ist immer so. Wenn du nachdenkst, verlierst du. Okay. Augen zu hat nicht so ganz geklappt. Digga. Das wäre aber auch anders gewesen. Guck jetzt. Er ist so low. Nein. Guck jetzt. Guck jetzt. Ich habe keine getroffen. Ich war ja ernst, Leute. Also, ich möchte weinen. Ich schlafe. Du fettes Larven. Du bist ein fettes Larven. Was ist ein Larven? Kennst du nicht? Eine Larve. Eine Larve, die schläft. Ein Larven. Woraus Schmetterling wird. Nee, das ist eine Raupe. Nee. Eine Raupe wird eine Larve. Und dann daraus wird ein Schmetterling. Junge, du hast 35 Jahre Pokémon gespielt. Nein, Raupe. Wir sind zum Kokon, Digga. Larve ist was anderes. Ach, du bist Kokona. Larve war doch vom Flieger, nicht? Das Baby? Nee. Larven. War vom Flieger, das Baby, doch. Das ist richtig. Nein. Oh, Maden. Leute, schreibt jetzt in die Kommentare, ist Larve Flieger vom Baby? Okay. Hä? Und was ist denn eine Made? Auch. Larve ist kleiner Status davon. Also, die zu sagen dazu. Larvenstatus. Lappenrost. Mann, geh laufen. Neues Match. Ey. Digga, boah. Geh laufen. Die sind schwierig. Ich liebe dich. Mein letzter Kill, bitte. Ey, ich kann Kalle nicht damagen. Kalle? Das sieht gar nicht gut für dich aus. Ich bin ehrlich. Das sieht auf mich aus. Ekelhaft. Wer ist Jackie Chan? Ich bin Jackie Chan. Wenn du dich traust, Rewanche. Rewanche. Re-Schwanz. Angerechter Schaden. Muss ich sagen, Odoman Piqué hier mit 5500. Wild. Wieso habe ich nur 19 eliminiert? Egal. Wir gehen in die nächste rein. Okay, let's go. Ich will jetzt ein bisschen mehr Performance sehen, ja? Erste Runde war ja... Einstiegphase. NPC-Modus. Wie bei Odoman. Was laufest du? Du hast doch einen NPC-Modus bei mir. Ach so. Er ist NPC. Er hat so viele NPC-Modis, Digga. Aber ich feier die, Freunde. Ihr könnt mal reinschreiben, ob ihr die feiert. Also ich mag die extrem. Bald nächste Folge. Ich sag dir. Wer wird die Wort? Nein. Oh, verdient gewonnen, Kalle. Kann man nichts sagen. Verdient gewonnen. Weil man dich ja immer rushen muss und du einfach in irgendwelche Häuser lösst. Oh, man hat neue Waffen, Daddy. Hat man echt? Ja. Man hat andere Waffen. Nur Pistols irgendwie. Ey, geil. Oh, die Pistole. Ich schlafe. Du sagst doch mal, du bist Pistolmaster, Odoman. Jetzt musst du auch gewinnen. Ja, Kalle hat 130 in sein Gesicht gekriegt. Nur 56. Geh schlafen, beide. Geh schlafen. Mehrzahl. Adjektiv, Subjektiv, Pronomen. Nein. Pronomen. Doch. Nein. Singular, Prono. Singular Form 1, Adjektiv. Adjektiv. Ich hab das Werte mal gehört, aber nie benutzt. Ich bin im Pluskampf, perfekt. Ich hab mir die Hosen gepackt. Ich werde mir die Hosen getrafen. Das wäre richtig. Was hatte ich für eine Waffe? Ich weiß es nicht, aber sie war stark. Geh schlafen. Seit wann ist eine Tag 9 eine Pistole? Oder war die schon immer eine? Sag ich dir doch nicht. Geh schlafen. Boah, ich tsche so hart hier am Bunker. Oder Bunker jetzt den Arsch. Schieß, Kalle, für dich ab. Okay, okay. Staub ihn ab. Du bist ein Staubsauger. Kassi ist trotzdem lahm. Okay. Wenn wir jetzt warten, kommt Kalle und stoppt mich ab. Deswegen komme ich, weil du bewegst dich ja nicht. Dickes Menschen. Guck. Oh mein. Aber Kalle ist trotzdem so hoch. Also, Digga, also. Ich soll mir mit der Adderattung da sein. Das geht. Alles cool. Du bist gestorben und dir wurde die Ehre genimmt. Jetzt wurde sie mir genimmt. Digga, ich bin der Einzige, der der Pumpgun hat und verliert trotzdem die ganze Zeit. Das ist schon schade. Kalle bewegt dich nicht. Kalle bewegt dich nicht. Du hast da eine Mücke am Rücken. Ah, danke. Ehre, Kuss. Mein Gott, oh du meinst, es hätte mehr. Ich habe Revolver. Ich bin ein Cowboy. Ich habe auch Revolver. Ich habe auch einen. Das ist gelügt. Das stimmt. Ich habe gesehen, Freunde. Und freiwillig. Jetzt kommt der Fettsack von hinten. Ja, die Waffe ist so kacke. Ich hasse den Revolver. Das ist die schlimmste Waffe. Ohne, man darf nicht gewinnen mit seinen G schlafen gelabert. Digga, also wirklich. Das ist geschlafen. Ohne, man wegziehen. Ey, er hat LMG und so. Wir haben immer noch Personen, Junge. Ich bin auch wieder tot. Digga, ich werde kaputt gemacht bei euch. Also geistig. Kalle, schieß auf ihn. Oh, du bist so ein Idiot. Jetzt wirst du von ihm nur wieder abgestaubt. Nee. Geschlafen. Hast du ihn auch gekillt? Ja, klar. Okay, dann ist okay. Digga, ich bin mächtig, wenn ich will. Aber ich will nicht. Ja, ja. Ja, ja, das sagen alle Unmächtigen. Ohnmächtig? Warte mal, mir fällt gerade auf, was Ohnmächtig bedeutet. Nein, stimmt. Ohne Macht, also man kann sich nicht bewegen. Hä? André, du bist, oh mein Gott, du hast mein Leben gerade verändert um 30 Grad. Heißt es aber Ohnmächtig oder Ohnmächtig? Wegen Ohn? Haben die das eh einfach weggenommen? Ja. Ohn. Ohnmächtig. Wurklich, geschlafen. Geschlafen. Ich bin in deinem G jetzt geslidet. Du weißt, wie es war. Es war voll schön. Geh craften. Oh, würde ich gerne. Ah, nur 1 und 1. Marcel saß es. Mache Schärfe 5 auf meine Waffe. Okay. Ich will es ansprechen. Ich habe die Stabiler Shot. Gimmelwaffe, die es gibt. Stabiler Shot. Gimmelwaffe, die es gibt. Ja, du musst erst mal umschalten von Tommy Gun auf Pump Gun. Du denkst, warum schießt die so langsam? Du weißt, ich hole dich jetzt wieder ein und du wirst letzter. Okay, letzter nicht, weil Kalle hat sie einen Kiss. Kalle hat zwei Shots getroffen und hat gesagt, er wird mächtig. Ja. Wir schlafen. Andre, du bist so schön und blond. Ich würde dich lieber küssen und auf ein Date mitnehmen. Das hat sich nicht gereimt. Geht schlafen, Kalle. Abstand. Abstand ist wieder im Start. Geschlafen, Andre, Digga. Alles gut ist geschlafen, selber. Ja, das ist dieser Spot. Der ist wild. Ihr habt mal besseres Aim. Digga. No joke, mit C und D war ich da immer. Okay. Das war mein Main Spot. Ja, für jeden Camper. Ist so. Gesaved. Das ist halt das Problem an diesen Games. Die Leute, die rachen, haben meistens ein Problem. Aua. Digga, seit Wormontschotten die ist sie mythisch oder was? Ja. Ich hänge halt immer bei Revolver. Oh, du mein Gönn. Oh, kurz diese. Was hab ich? Schon wieder Pumpgun. Wir kriegen ohne mal diese krassen Waffen die ganze Zeit. Wir suchen es auf einmal random. Ich dachte, wir kriegen alle die gleichen. Die gleichen. Gleichen. Ich muss nachladen. Ich werde niemals weiterkommen. Niemals. Aber egal. Oh, du hast leidest so in deine DMs jetzt. Sniper. Hör einfach mal. Überfass weg kurz. Das war ein Loop-Bodus für mich. Stabil. Ah, ehrenlos, ehrenlos. Dass du sowas in meinem Video machst, ist schon schade, Digga. Oder was halt jetzt warm, weißt du? Naja. Das ist ein warmer Bruder. Was? Na. Nicht nur jetzt hier. Ah, warte, warte, warte. Hör mal schon immer. Äh, einfach nur, weil dir warm ist und du bist mein Bruder. Ja, hä? Ich bin Honnewitz. Mir ist gerade warm und ich bin dein Bro. Äh, Honnewitz. Und was war das damals mit Elias? Einfach irgendeinen Namen nennen? Entspann. Nein! Ich schlafe! Junge, Kalle labert nur, Digga! Hat neun Kills! Irgendwelche Elias, Digga! Bist du nicht den Elias, oder was? Kalle hat neun Kills, Digga! Also, er ist ja Fahrrad durchgespielt, Digga! Aber warum denkt man auch mit Schwach und passen an und ich werde immer stärker? Komm her, das ist übergut. Komm her, das ist übergut. Komm her, das ist übergut. Und selbst wenn du mich einmal triffst, trotzdem verloren. Er hat dich getroffen einmal, wenn du bitte gestorben bist. Oh, ich hab jetzt auch diese mythische. Schöne mal. Nein! Ghost Hit durchgespielt. Nein! Okay. Kalle, auch kein Aim, dann passt das. Ist so. Weißt du, was für euch nicht passt? M. Komm her, Baby. M, 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 M. Kalle hat mich abgestaubt. Sehr gut. Ohne mal darf diese Waffe nicht. Ey, Mann, Kalle! Ja! Ich hab ne Digga! Und damit werde ich dich diggeln! Nein. Mit Digga wirst du gar nichts treffen. Mit Digga wirst du gar nichts treffen. Hm. Mit deinem Kippen. Bitte warten Sie. Okay. Threefold the line. Hat jetzt Odemann mich gekehlt oder Kalle? Ich weiß es nicht. Ich, äh, Kalle hat abgestaubt. Aber er hat mich mit Digga gekehlt. Ich hab Kalle mit der Digga gekehlt. Ja, ich muss nach einer halben Stunde. Bitte warten Sie. Okay, warte ich. Warte kurz. Stabil. Warte mal. Ich hab ne Idee. Odemann. Was? Damit's nicht unfair ist. Kriegst du den Kill? Oh, Kuss, Digga! Weil sonst hat Kalle mich abgestaubt. Was macht ihr für Taktik? Hallo, bitte warten Sie. Ich hab einen Joghurt im Joghurt. Ey, schade von dir. Nee, ich hab einen Schnellhahn. Bitte warten Sie. Aua. Oh, das ist ja knapp. Klingo ist sauber. Lade mit dem Magazin. Autofaktik. Wiki, wiki, fähre. Satziki, sauber. Muss noch drei Kills machen, Jungs. By the way. Lol. Digga, ich... Boah, stabil, Digga. Stabilo. Für Linkshänder. An alle Linkshänder. Ich verteidige euch. Ah. Digga, du hast dich mit deinem Geschwafel richtig verwirrt. Verwirrt. Kalle tot, mein Kill. Kalle, komm schnell. Er darf ihn nicht kriegen. Kalle, komm schnell. Ich muss nicht machen, ich kann nicht fliegen. Kalle, kill mich. Kalle, kill mich. Ja. Okay, 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 okay. Freunde, wir müssen jetzt die ekligen Taktik machen. Er hat verloren. Warte mal, Odo hat letzte Waffe, Odo hat letzte Waffe. So, ich kurz gewinn, sei ehrlich. Kalle, lass echt den Ehrenlosen machen, die ganze Zeit gegen ihn spielen. Okay, ich bin bei dir. Okay. Guck mal da hinten, guck mal da hinten. Ist egal, wir rushen ihn, komm, wir rushen ihn. Er kann nichts machen dann. Ovin, äh. Nein. Hey, nice, nice, nice. Warte, lass warten, lass warten. Ist ein Lob, ist ein Lob, ist ein Lob? Nee, 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 brauchst du mich gar nicht versuchen, mich auch zu klein. Wo ist er, wo ist er? Da ist er hinter dem Schild, hinter dem Fernseher. Er hat den Todtag erworben. Nein. Kalle, kill mich. Er hat den One-Shot. Er hat mir den Headshot. Er hat mir den Headshot gegeben. Okay, Odo hat verdient gewonnen. Was zieht's auf mich, Odo hat? Irgendein kleiner Bissar. Nein. Du denkst auch, ich bin vor allem. Ich hab das schon durchgeplant, wo du noch nicht da warst. Ich wusste, dass Odo mal herkommt. Okay, es geht los. Kalle, wir sind ein hinten jetzt. Kalle ist einfach an Fallschaden gestorben. An Fallschaden? Ja. Okay, gut zu wissen. Ich bin in dem Schuh drin, Jungs. Du bist ein Lackschuh. Das WG ist auch Odo mal in dem Schuh. Digga, wie kann er denn hinter mir sein? Aber ich hab den Schuh nicht gesehen. Lackschuh. Oh nein, ich hab ein bisschen ein paar, Digga. Okay, sehr gut. Ich riech's nach Odo mal in dem Schuh. Oh yeah. Digga, das war so ehrenlos. Soß. Freunde, ich bin noch etwas krank. Das heißt, komischerweise, wenn ich krank bin, hab ich immer nur eine heisere Stimme vom Husten. Das war's. Also, weil ich hab Husten und bin heiser. Das war's. Aber mein Gehirn funktioniert nicht richtig. Deswegen wird das ein bisschen... Geh mal in eine Rattenfalle, André. Wenn du dich traust. Geh du doch. Du bist sogar geheilt, Renner. Was heilt ihr? Ich bin unten am Laufen auf dem Boden, aber ich seh keinen. Oh mein Gott. Wie soll ich da hochkommen? Hey, Digga, wo bin ich gelandet? Ich komm hoch zu euch. Tu's. Wo bist du? Okay, ich bin so lost, Digga. Oh, Fallschaden, Digga. Die Web ist aber übel cool. Freunde, Odomann hat die auch aufgenommen auf dem Zweitkanal. Könnt ihr gerne abchecken. Ich hab noch meine erste Waffe, by the way, ne? Krass. Der Kalle macht übel die Jumps, Digga. Ich komm gar nicht klar. Es gibt Gleiter. Nein. Der gehört mir. Ja. Sag nicht, Digga. Sag nicht. Oh mein Gott. Okay, das heißt, Odomann hat jetzt keine Sniper mehr, aber wir beide. Ich hab noch MP. Hier hast du eine Waffe. Ey, Odomann. Lass es. Gönn mal einen Booty, bitte. Lunge. 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 Wir haben dich eliminiert, Digga. Bist du ein Noob? Hä, bist du lost? Ich hab wieder einen Fallschaden gestorben. Habst du dich gekillt? Digga, ich bin an Fallschaden gestorben und Odomann den Kill bekommen. Nicht im Ernst. Das ist so sad, Junge. Oh, Pizza. Aber was hab ich für eine Waffe? Ich erkenne die gar nicht. Das ist eine exotische, aber ich kenne die gar nicht. Exotisch. Ah, das ist diese Laserwaffe. Okay, okay. Wird so selten gespielt. Wo seid ihr? Ich rinne hier rum. Ich habe MP noch. Bitte gönnt. Aua, 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 Aua. Aua, Aua, Aua. Nein. Oh, ja. Feuer. Die Map ist halt natürlich ein bisschen groß. Sie ist auch nicht für drei Spiele ausgelegt. Aber das ist ja kein Problem. Nein. Oh, ich will dich stoppen. Yeah, boy. Okay, okay, okay. Oh, du mal sechs Kills. Kalle hat null. Wie lange machen wir noch mal? Oh, man schreibt er falsch an und ich krieg den Kehl nicht. Ich hab ihn nicht gekillt. Andere haben mich gekillt. Nein, ich hab nen Bogen. Viel Spaß mit dem Bogen. Ich hab nen Bogen. Ich hab nen Snipe. Achso, ich hab auch einen Kill weniger zu. Alles gut. Digga, wo ist dann... Ah, okay. Spülterps, du siehst mich so in den Mund stecken grad. Wo ist dann Kalle? Wollte ich fragen und dann killt er mich einfach. Ehrenlos. Ohne man verwirrt mich mit seinen Hüpfen. Jaaa! Egal! Von wo? Da kommt er. Oh nein, er ist besser mit Bogen als ich. Danke, das war schön gesagt, Oma. Jaaa! Oh, du fettleibiger. Wo seid ihr? Die Waffen hat Spaß. Warte ab, bis ich hier bogenlos bin, ne? Achso, wir haben 20 Minuten Zeit. Wer am meisten Kills macht, hat gewonnen, sozusagen. Willst du das wissen? Warum hab ich gerade wieder ne P19 exotisch gehabt? Die ist so OP, die Waffe. Ich hab einen Kill. Aua! Bitte! Kalle, nimm! Nimm Kalle! Ja! Nimm einfach ein Stück Pizza und hab ne neue Waffe. Hä? Ehrenlos? Darf man nicht verboten. Oh mein Gott, Kalle hat so kassiert. Geschlafen, Kalle. Das war so ein richtiger Geschlafen-Modobahn-Kill. Ah! Geschlafen-Modobahn-Kill! Na komm, ich sag doch! Das war genau so, hab ich ihn auch gekillt! Und hinten? Ja, ich bin von hinten gespawnt, hab ihn Headshot gegeben. Aua! 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 Geschlafen-Modobahn! Geschlafen-Modobahn! Ey, Digga, ich werd so irrenlos jetzt spinzen. Weißegal jetzt, ne? Oha! Hä? Ich weiß, ich bin Gang-Game-Profi. Gang-Gang. Pass auf, ey! Oder man kommt links von dir! Danke! Ja, so. So sind wir also, hä? Guck mal, geh mal erst mal schlafen. Den geb ich dir nicht. Kalle, schieß auf mich! Schnell! Wo bist du? Du weißt doch, wo ich bin, Junge! Ich hab mich nicht gesehen! Ich hatte nur nur gesehen! Nein! Einen Schuss noch! Ich brauch nur einen Schuss! Ja! Überholt! Doch nicht! Okay, 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 okay! Alles cool! Läuft doch! Hallo, Kalle gehört mir! Digga! Ich krieg nichts Sinn! Ich fühl mich wie so'n NPC! Das ist nicht mal Gun-Game, sondern das ist einfach nur wer killt Kalle, Digga! Ja! Neues Format! Mann, ey! Oh, du Mann! Du bist so... Nein, Digga! Nein, Digga! Ihr geht jetzt sowas von schlafen, Bro! Ich schick euch ins Nana-Land! Ah! So'n Ding ist das! Ins Nana-Land! Ja, ins... Ins Nana-Land! Wir werden jetzt gleich sehen werden! Du Mann ist im Nana-Land! Ich bin schlafen gegangen! Sehr gut! Oh! Digga! Also das war einer der krassesten Kills, die ich je in meinem Leben gemacht hab! Ich schör! Ich schör! Ich schör! Die Regenschör! Digga! Hier ist die Kerze, die ich für Blaze gegeben hab, weil er auch Fressen bekommen hat! Oh! Die Kerze! Digga! Der alles hört sich an, als wäre ich ein Dulli, wenn man heißer ist! Schon mal aufgefallen? Du bist ein Dulli! Schon mal aufgefallen? Okay, der war nicht schlecht! Komm ohne, Mann! Ich hab nur 20 HP! Ich bin noch einen Sieg jetzt! Oh, hoi! Ich hab so Angst! Wo ist André, der... Ich versteck mich! Ich bin irgendwie in nem Schrank! Bin in nem Schrank! Ich bin im Schrank! Andere ist irgendwo unten! Der Kalle lauft! Äh, ich bin in ne Pfanne reingelaufen! Äh, ich hab André gekillt? Meine Kalle läuft immer weg, Digga! Kämpf doch mal wie ein Mann! Ich hab mich gewinnen! Er ist echt gesunken! Ich bin tot! Ah! Drauf, Maui! Na, lauf lieber! Ich lauf nicht! Bogen! Ach, ne! Jetzt kriegt Odemann... Ah! Ich geh scheiße auf Kalle! Ich scheiß drauf! Ich geh nicht mehr auf ihn! Ich geh jetzt nur noch auf Odemann! Full Fokus! Hey, warum auf mich? Gegen Kalle kämpfen macht so aggressiv! Das willst du nicht, André! War true! Digga, ich bin Lucky Luke! Wir haben uns getradet! Haben wir nicht! Kalle hat dich gekillt und du hast nicht getradet! Hä? Getradet? Einfach getauscht! Ach, Odemann ist unbesiegbar, Digga! Kann man auch machen! Ich schieß ihn an! Man sieht, sein Kopf bewegt sich so, aber er kriegt keinen Schaden! Hast du da Spornschutz angehabt? Ich weiß nicht! Spornschutz angehabt! Sporn! Sporn! Hast du nicht? Ich... Komm mal raus aus der Kalonisation! Junge, das ist so... Ey! Gun Game! Mach diese Revolver-Kacke niemals rein, Digga! Sie sind so kacke! Ja, wo bin ich? Oh, warte mal! Hier ist ein Pizzastück! Ich nehm das einfach! Ich heule! Oh, ich hab noch ne Arndfeuerwaffe bekommen! Kostigi! Ey, Gänsehaut! Aber die ist besser! Jetzt muss ich nur versuchen, irgendwie rauszukommen! Die Kanalisation machen wir nicht mit, weil wir nur zu dritt sind! Das wäre natürlich alles ein bisschen... Too much! Too much dann! Die Kanalisation ist ein Affe, der dich verfolgt! Ist so, der tötet dich einfach, wenn er nicht vorbeiläuft! Laber nicht! Doch! Okay, das ist cool! Wo ist der fette André? Bist du hier hochgegangen, Fettsack? Oha! Oha! Ich hatte Auto-Aim mit der... Oh, hi! André hat Auto-Aim einfach an... War das extra, oder man, oder war ich cool? Ja, das war extra, nein! Nein, jetzt ehrlich? Der erste war wirklich cool, aber das andere war extra! Ich musste hier ein bisschen, dass du nicht verzweifelst gleich, weißt du? So Rebstotter und Zuckerbrot! Ey, das ist 19, du ehrenloser! Ja, deswegen ja! Der, das ist halt echt, wer killt Kalle am meisten! Ist so! Aber, ey, merkt ihr? Nein! Ich mach dich in jedem Problicks-Gymnas! Ich mach dich in jedem Game-Nas! 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 Wir hatten letzte Diskussion, Freunde! Die war so halb schwarz, halb ernst, und da haben die sich halt geflamed, wer der Dimmere von beiden ist! Und, ja, ich hab grad einen Shot kassiert und bin jetzt so... Oh, oh, Bibi! Komm in die Spüle! Muck nicht! Wir haben uns getradet! Haben wir uns getradet? Dies war möglich, ne? Ja, okay! Wollt grad sagen... Oh! Oh, ihr seid so am Arsch! Oh! Ihr seid so am Arsch! Oh! Oh! Oh, in der Luft, Digga! Haberst du? Ich hab einen Fallschirm! Hast du? Nein! Oh! Digga, ich bin doch ein Fallschirm! Ja, das reicht, Junge! Aber meine Stimme ist gleich weg! Hallo! Hallo! Ich bin Mickey Mouse geworden auf einmal! Entschuldigung! Hallo, Freunde! Okay, ich darf auch nicht so rumschreien! Das wird halt dadurch auch nicht besser! Fällt mir grad so auf! Where are you? NPC-Kalle? Andro, Muck nicht! Bist du aufs Maul? Willst du's wirklich haben? Andri, es sind Spüle! Andro, du bist da hin, Digga! Digga, die Spüle des Lebens! Die ist so eklig! Andri, ist absolut gefallen! Äh, ich bin im Kack-Wasser-Wasser! Kack! Kack-Wasser-Wasser-Kack-Wasser-Wasser! Hier komm ich raus! Hier komm ich raus! Alles gut! Mein Gott! Ich hab so eine ehrenlose Waffe! Wo seid ihr? Einfach in der Spüle ist Disco, Bruder! Hä? Ist jemand nachgejoint? Hä? Hä? John-John, Digga! John-Onon! Was macht er denn jetzt hier drinne? Ich hab keine Ahnung! Ja, das ist dieser Fortnite-Bug momentan! Die Leute können einfach joinen, glaub ich! Müsst ihr mal eure Liste abchecken und den einfach mal löschen! Aber bisher, also von mir aus kann er mitmachen! Ich guck mal kurz rein bei mir! Na, das ist safe, Kalle! Kann sein! Weil er ja diese TikTok-Streams immer macht und irgendwelche Leute spielte! 200 Millionen Jahre nicht mehr gemacht! Jaaaa! Ich bin momentan Roblox gefangen! Okay! Aber John-Onon ist wieder rausgegangen, der Ehrenmann! Eigentlich kann er drinne bleiben! Wär schon lustig geworden! Ja, das wäre witzig gewesen! Aber vielleicht hätte er uns auch einfach weggeklappt! Ich muss sagen, ich glaub wir sind gar nicht so schlecht in Fortnite! Oh mein Gott! Kenn ich mal bitte kurz nicht! Kenn ich kurz nicht! Warum? Der schlechteste Spieler steht einfach hier im Mülleimer drinne! Okay! Digga, du sagst einem André, kill mich mal kurz nicht! Ich will dir was zeigen! Jaaaa! Was passiert dann? Ich dachte, du guckst dir das an und findest das voll cool! Muck dich, oder? Ja, Digga! Ich will dir nur ein bisschen Vorlauf gewähren! Digga, ich bin on fires! Ach Digga, komm! Ich hol dich wieder hoch! Runter von deinem hohen Ross, Digga! Digga, was meinst du jetzt? Runter oder hoch holen? Ich hol dich aus beides, Digga! Ich hol dich runter vom hohen Ross! Digga! Das war zu gut bei der Mayfrees Compilation! Ne, nicht Mayfrees! Bei Poly-Compilation, wo wir geguckt haben! Oh Mann! Ja! Oh, ich bin Sniper! Operetta! Wir haben, by the way, auch herausgefunden, dass wir einfach die witzigsten sind, Freunde! Das erzählen wir uns immer! Ist einfach so! Und dass wir dafür eigentlich viel zu wenig Klicks haben! Deswegen macht mal Like-Action! Achso, und checkt gerne unsere Zweitkanäle ab! Da laden wir auch Daily hoch! Läuft Baba! Ähm, Hauptkanal werde ich immer versuchen, nicht so viele Tycoons zu machen, nur die guten! Und beim Zweitkanal werde ich alle Tycoons spielen, die spielbar sind, und dann kann man den ausprobieren! Gib mal! Hier kurz! Ich muss kurz nachladen! Entschuldigung! Digga, meine Headshot-Procentage ist gerade on fire, man! I don't know why I'm talking English now! André, komm in die Dusche, wenn du dich traust! I don't know! Du bist so ehrenlos! Wer bist du, wer du denkst? Ja, warum sagt Kalle, komm in die Dusche und Odomann ist da? Hä, wo warst du, Kalle? Er hat nur drauf gewartet, dass Odomann duschen mit Odomann jemand duschen kann, Digga! Ist so! Ist so, ich war mit Odomann duschen! Ja, hast gedacht, ne? Boah, du bist so ehrenlos hops genommen jetzt, André! Was glaubst du? Das glaubst du gar nicht, wie irrenlos drauf ist, ne? Ich komm nicht mehr aus der Baderwelle raus! Erstmal werd ich vom Kalle gekillt, weil ich ne kack Sniper hab! Nee, ich hol ihn für dich! Oh, irre! Okay, eigentlich hast du jetzt verdient, mich zu killen dafür! Hä? Willst du jetzt zwei killen geben, weil er mich gekillt hat? Ne, ich hatte 20 AP und wollte nur grad sagen, so einen auf den, weißt du? Ah, okay, auch süß! Ja, ich wollte nur so tun, als hätte er mich sonst nicht bekommen! Wer mir killen mit Sniper gibt, kriegt auch nochmal einen zurück! Okay, komm! Was denkst du, ich lass dich? Fehl mich, André! Hä? 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 Bist du lustiger? Kalle hat echten IQ von 10, wirklich! Ja, wo der Ode auch hier war! Ich hab's auf die ersten geschossen, den ich gesehen hab hier! Okay. Lass uns nicht drüber reden, oder? Das war grad zählen, okay? Das war grad zählen, okay? Ehre! Ich hätte auch einfach ein Pizzastück nehmen können! Das war echt zählen! Hä, Digga! Kalle war einfach verschmolzen mit der Gegend! Ich hab ihn abgeschossen, er hat geleuchtet, Digga! Ich hab ihn nicht mehr gesehen! Er sitzt in der Badewanne, wo kein Wasser mehr drin ist! Hä? Wo hast du was eingetan? Jetzt ist er nicht mehr drinne! Wow! Ich hab diese goldene Midas! Diese mythische Midas-Waffe, aber in Gold, sieht so krank aus, finde ich! Richtig aber nicht! Also das kleine Bild da unten sieht einfach heftig aus, keine Ahnung! Ich würd das gerne als Bild in meinem Hintergrund haben! Mach mal! Bitte, Alter! Wer darf ich abstauben? André! Ich mach einfach ein Thumbnail und kleb das hinten an meine Wand! Dann alle denken, ich bin in Fortnite! Spaß! Das feiere ich an Greenscreen, Freunde! Da kann man halt immer so Faxen machen! Aber ich finde, man sieht bei Greenscreen halt einfach komisch aus! Als Mensch, weil das ja das Grün ja rausgefiltert wird! Ich hab die schlechteste Pumpka in der Welt! Also für mich... Das steht da dran! Für André die schlechteste Pumpka in der Welt! Ich hab Fallsch... Bro, aber wer baut auch Fallschaden ein? Er ist so dumm! Lass mal ein Riesenzimmer machen und dann Fallschaden einbauen! Ich schwör! Oh, ey, okay! Lange nicht mehr gezockt! Warte mal, wie lange haben wir? 15 Minuten! Und man führt mit 4 Kills! Kalle holt mich irgendwie... Oh ne, Held macht er doch nicht! Ey, ihr seid so ehrenlos wirklich! André, halt da voll! Wie du da geduckt rumläufst, Digga! Das ist als würde Jona Fortnite spielen! Ich sag dir ehrlich! Jona einfach besser als ihr in Fortnite! Ich höre so lost, wie er da so rumduckt und so läuft! Kalle! Ey, hör einfach auf mit Fortnite, Bro! Ich sag dir! Lass es einfach, Kalle! Lass es einfach, Kalle! Bleib bei Golf! Bleib bei Animal Crossing oder sowas, du auch spielst, Digga! Boah, Animal Crossing würde ich auch machen! Mag ich das! Ja, pass auf! Sonst ist dann wieder 4 Monate anderen Discord und spiel mit Leuten, damit er üben kann! Ist so! Odomann hat es gereicht! Was, Odomann hat es gereicht? Guck mal bitte die Punkte-Tabelle und muck nicht, Digga! Ja, du hast bestimmt die Hälfte von André gekillt! Ja, bestimmt! Ja! Boah! Eh! Was? Ich hab mit den Explosionen! Ich wusste nicht mal, dass es der Bogen ist, der explodiert! Lass mich einfach gewinnen! Komm, gib einfach auf, Bro! Kalle, komm raus! Bitte! Mach nicht wieder Mäuschen! Versteck dich, Mäuschen! Ich hab grad hier hingerutscht und dann dachte ich, ich wär jetzt hier hinten, aber was weg! Digga, das war ehrenlos! Ich muss wieder killen! Ich darf nicht wieder rein trollen! Sag ich euch ehrlich! Ja, ja, ja! Trollen! Odomann hat noch nie getrollt, bin jetzt immer ernst! Oh no! Ich hab diese Waffe! Ich glaub, die wird mein Ende sein! Oh no! Ich hab die Midas-Trommel-Kacke, Digga! Okay! Ehre! Kalle hat mich gekillt! Hauptsache, Odomann kriegt jetzt keine Kids! Und Odomann ist angeschwächt! Das heißt, wenn Kalle jetzt nicht komplett scheiße ist... Ich bin bald angestorben! Okay, sehr gut! Guck! Aber Kalle hat den Kill bekommen! Yes! Denn mein Magen macht ganz komische Geräusche! So auf Heulen von Wolf mäßig Level! Heulen von Wolf?! Hast du nicht grad schon noch irgendwelche Nudeln gefrebt? Oh Gott! Die waren nicht so lecker, muss ich sagen! Und irgendwie fühlen die sich auch im Magen nicht so gut an! Ich sag euch ehrlich! Wie viele Minuten hast du, André? Sei ehrlich! Noch drei Minuten haben wir Zeit! Na, ich hab Midas Trommel wieder! Ja, die ist echt schwierig! Ja! Glaube ich tausche die ein gegen Pizza? Oh, Pumpgun! Besser! Ach! Falsche Anbekommen! Frag ich nicht! Wie komm ich hier raus? Arme aus dem Fenster! Beine auf das Lenkrad! Entschuldigung, können Sie das mal unterlassen? Schüsse gehört? Ja, Digga, da komm ich mit der Pump nicht hin! Oh mein Gott! Der war krass! Ich hab mich richtig prepared gerade, ohne mal ins Gesicht zu schießen! Ja, dann kassier ich in der Luft einfach! So, Kalle kriegt jetzt noch mal! Junge, also das hat er echt ein bisschen nervig gebaut! Okay! Ich hab Barretta! Oh mein Gott! Ah! Step help! Step help! Warum haben wir die gleichen Waffen? Aber ich hab mehr Punkte als du! Ah, weil du mehr... Pizza! Pizza! Du bist so ein... Ich hab drei Pizzen genommen oder so! Du bist so peinlich! Okay, wir haben noch eine Minute dreißig Zeit aufzuholen! Und Odum hat drei Kills! Wir müssen jetzt echt mal tryharden! Das einzige Problem ist nur... Dass ich immer in dieser Kanalisation starte, Digga! Und dadurch immer den Nachteil hab einfach! Unten auf dem Boden zu sein! Ja, genau! Nachteil! Hin und her! Ich bin tot! Nein! Ach, Odumann! Ey, Kalle! Mach mal ein bisschen Ernst! Ey, ich hab dich nicht mal getroffen! Du hast einfach kassiert gegen Odumann! Mal wieder! André! Ich komm nicht, Odumann! Ich komm nicht, mir ist egal! Du den Pump hast, du dreckiger! Egal, ich hol Kalle in der Zeit! Digga! Und dich auch! Ey, diese... 30 Schaden macht die Pumpkant! 30, Digga! Geh schlafen, Junge! Was willst du? Ich hab Glück gehabt! Exakt wie es ist! Okay! Jetzt kriegt Kalle, jetzt kriegt Odumann wieder einen Freekill! Niemals! Wo bist du Odumann? Äh, ich bin grad Kanalisation! Tomam, Tomam, Jungs! Tomam! Ich hab verstanden! Ihr magt mich nicht! Ihr magt mich nicht! Ihr magt mich nicht! Digga! 12 Damage! 12! Ganz einfaches Ding! Wer kriegt jetzt noch die Fritzen? Okay, letzte Minute! Wo bist du, du Speckschwarze? Ich hab keinen Zaun mit der Waffe! Hä, das ist übel verwirrend! Hallo, ich weiß nicht! Ich bin runtergefallen, bei mir hingekommen! Oh, Ehre! Ich hab mir einfach richtig gehört, dass man heiser ist, so! Das ist übel verwirrend zu! Ey, diese! Warum krieg ich so viele Pumpguns? Ich hab auch gefühlt nur Pumpguns! Nein! Oh, nödi! Oh, ich hasse Pumpguns! So hart, Digga! So hart! Junge, du hast 20 Kills oder so! Du einziges Schlafen geht gleich bis du! Wo machst du das? Oneschutz! Ich weiß nicht! Weil ich geschossen hab wahrscheinlich! Aber man hat mit der Pumpgun nur die Chance zu One-Shotten! Oder du wärst gekillt! Weil es so viel Zeit dazwischen ist! Digga, aber gönn doch mal! Bruder, komm, Bruder! Nein, der Hammer! Bruder, ich kann kein Damage machen, Bruder! Ist ab da los oder was? Bruder, wo bist du, Bruder? Oh mein Gott! Das ist so hart ne Pizza! Ihr wisst gar nicht, wie hart ich die Pizza jetzt ess! Hä? Mit dem Hammer kann man doch gar nicht killen, oder? Nein, kann man auch nicht! Komm mal her! Hä? Es macht einfach keinen Schaden! Ciao! Ich hol mir ne Pizza! Okay, Odo hat gewonnen, aber ich will noch bisschen weiter zocken! Aua! Ja okay, scheiß drauf! Freunde! Odo hat gewonnen! Kall ist Arsch! Ich bin im Mittelfeld, ist okay! Drei Kills Unterschied, vier Kills Unterschied oder so! Lasst ein Like und ein Abo da, wenn wir uns wiedersehen wollen! Hä? Wollen wir uns wiedersehen, aber... Bis morgen, ciao! Genau! Erst wenn ihr liked! Ja! 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 Ja!